Hallöchen und herzlich Willkommen im Freitags-Stream. Na, Paule, hallo, guten Abend, guten Abend. So, ich habe heute wieder viel zu viele Gläser hier. Espresso, Tee, Eistee, Wasser, alles. Unglaublich. Die Gunnar-Band. Gunnar-Band. So, dann ein bisschen zurücklehnen. So, ganz wenig, ganz bisschen, ganz bisschen. Die Details, wichtig. Ja, alles klar, ja, alles klar, soweit. Ich denke schon. Und selbst. Und selbst. Gut durch die Woche gekommen. Hoffe ich. So, so, so. Habe ich an alles gedacht. Ich hoffe, das läuft, das läuft. Gut, gut, läuft, läuft. Wichtig, das läuft. Keine größeren Katastrophen. Na, das ist ja immerhin schon mal etwas. Dann könnte es wahrscheinlich schlimmer sein. Gut, gut, gut. Gut, weiter so. Glaube ich. No. Solange man auch keine größeren Katastrophen selbst verursacht hat, also umso besser. Umso besser. Dann das nächste Level ist, dass andere Katastrophen verursacht haben, wo man aber unschuldig ist. Und das letzte Stadium ist, dass alles zusammenbricht. rumgeschliffen, oha. Zahnarzt ist ja... Na gut, wer mag das schon? Das sich anders anfühlt. Ja, ja. Ich habe auch so ein, zwei Stellen im Mund. Da wurde auch irgendwann mal was gemacht. Und irgendwie bin ich da immer wieder mit der Zunge am rumfummeln und denke mir, das fühlt sich ja komisch an. Aber es fühlt sich schon seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren genauso an. Also irgendwie... Da wird sich auch nichts ändern, glaube ich. Aber irgendwie kommt mir es trotzdem immer noch komisch vor. Ganz merkwürdig. Naja. Ja, geht so. Also wie gesagt, irgendwie an ein, zwei Stellen so. Mal an einer Stelle, wo zwischen den Zähnen was gemacht wurde. Das ist irgendwie merkwürdig an. Aber naja. Egal. Genau, genau. Ach, der Neverdark ist da. Na, guck. Hallo. Hallö, meine ich natürlich. Hallö. Hast du gesehen? Ich habe dich voll gepinkt. Also, nicht beschweren. Ah, ich wollte mir noch was in die Augen tropfen. Augen sind so trocken. Was sind die Augen? Tropfen. Tropfen, tropfen, tropfen. Hm. Yeah, yeah, yeah. Hm. Genau, sonst sehen meine Augen hinterher so aus. Das ist richtig. Ja, vielleicht geht's. Ah, Augen sind einfach überanstrengend. Irgendwie hier furztrockene Luft, weißt du? Kann ich auch machen, was ich will. Kann ich auch machen, was ich will. Es ist wirklich furztrockene Luft hier drin. Dann sitzt man schon den ganzen Tag vorm Rechner für die Arbeit und dann sitzt man den ganzen Abend vorm Rechner für Stream. Und draußen ist es noch schlimmer. Wenn ich hier lüfte, wird die Luft noch trockener. Ja, zu viel vom Monitor. Auf jeden Fall. Die ganze Zeit. Permanent. Non-stop. Bin wenigstens so 20 Minuten vorhin spazieren gegangen. Aber das ist das ganze Highlight momentan irgendwie. Und dann ist es auch momentan so kalt und dann macht es ja auch überhaupt keinen Spaß groß rauszugehen. Ich tropfe mal eben kurz. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Bis zum nächsten Mal. So, Entschuldigung. Also. Ja, der war alles gut. Auch zu viel vorm Monitor oder zu wenig? Hallo, Weißer Kadaver. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe gestern, ich habe gestern vier kleine Clips fertig gemacht für die neulich im Stream Playlist. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Sind schon ältere Sachen, größtenteils. Aber muss ich wenigstens ein bisschen fliegen. Lustigerweise, die letzte Zeit sind irgendwie relativ viel Abos auf YouTube dazu gekommen. Weißt du, ich mache da irgendwie momentan so gar nichts und dann kommen die Leute. Irgendwie 17 Leute die letzten 30 Tage oder so, ganz komisch. Weiß ich gar nicht. Aber da dachte ich mir, ach komm. Das ist eigentlich so eine low hanging fruit irgendwie. Auf jeden Fall so ein paar Clips rauszuhauen. Und heute werden wir ein Spiel spielen. Das kann ich auch wieder aufnehmen für YouTube. Ja. Ja, das ist gut soweit. Danke. Danke. Sollen wir uns das nochmal kommen? Wir gucken uns das heutige Video. Die kommen jetzt die nächsten Tage mal. Also drei Clips habe ich noch in der Warteschlange quasi. Aber wir können uns ja mal den heutigen Clip zusammen angucken. Ich finde den so gut. Äh, warte mal. Ochie.tube. Ah ja. Ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ach, bestimmt hat das eh jeder gesehen. Oder neulich im Stream Playlist. So ein paar Highlights da. Oh Gott, oh, das wird ganz schlimm. Oh, das wird ganz übel. Ich blende mich mal aus. Das ist katastrophal schlimm. So. Oh Gott. Das ist so. Das ist so. Das machen wir so. Ach, das ist so gut. Okay, wie kann ich, oh Gott, wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Okay, pass auf. Ähm. Entschuldigung. Ähm, naja, also. Ähm. Hahaha. Oh Gott. Ja, wobei, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Äh, gar nicht so übel. Ähm. Ah, ich weiß was. Das kann euch vielleicht noch helfen. Ist es, ist es, ist es Bambi? Entschuldigung, aber es ist Bambi. Ah, ich wollte ganz besonders süße Augen machen. Und ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Hahaha. Ach ja, schön. Ja, also hier, neulich im Stream-Playlist. Könnt ihr ja mal, ne, wenn ihr jemanden kennt, der sich interessieren könnte, dann könnt ihr ja mal weitergeben. Schöne kleine Clips zum, äh, ja, zum, zum Weiterreichen. So. Cool. Erstmal ein bisschen Werbung machen. Ach ja. Na, kommen die nächsten Tage noch ein paar. So. Sehr gut. Ähm. Ja. Genau. Ähm. Ähm. Ja, echt, ey. Erstmal zieht er die Let's Plays in die Länge. Und dann kommen immer kürzere Clips bei raus, ne? Ja, ja. Hm. Weiß auch nicht. Ach ja. Hm. Ah. Oh Mann, ey. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt die nächsten anderthalb Monate ist. Scheiße. Der potenzielle Umzugstermin rückt immer näher. Ich hab hier wieder, ich hab hier wieder Sachen ausgeräumt und so. Ich wollte mir mal den Schrank vornehmen, den ich, äh, Anfang nächsten Monat schon, ähm, zum Sperrmüll geben will. Der ist auch schon aus der alten Wohnung mit mir, mit mir mitgezogen und so. Der ist schon so. Ähm. Hm, das dauert auch alles wieder ewig in drei Tage, ey. Halte Füße. Nee, geht so. Aber, also ich bin eigentlich ziemlich geil drauf, muss ich sagen. Das ist genau die, das ist zum Beispiel eine Frage. Ich hab momentan drei Baustellen. Und da geht's schon los, weißt du? Können ja mal mit Internet anfangen. Ich hab momentan eine 250er Leitung. Und krieg ich auch tatsächlich fast so. Und 40 ab. Schön. Pipapo. Und mir ist schon bewusst, dass an der neuen Adresse das ein bisschen weniger sein wird. Manche Anbieter sagen, wenn man danach sucht, 175. Und manche sagen 200. Gut, von mir aus. Okay. Und wenn man bei meinem Anbieter DSL-Check macht, dann sagen die auch, hier 100 verfügbar, 250, Tarif, kann man buchen, pipapo. Jetzt bin ich gestern mal neugierigerweise auf Umzug gegangen. Wenn man sich da eingeloggt hat, pipapo, ne, Umzug. Dann steht da nur ganz, ganz knapp, die aktuelle Geschwindigkeit ist da nicht verfügbar, rufen sie uns an. Da bin ich mal sehr gespannt, was die dann sagen. Also, wenn wenigstens meine 40 Megabit Upload da wenigstens funktionieren, dann bin ich, bin ich ja zufrieden. Dann bin ich ja happy. Upload ist mir ja so wichtig. Äh. Naja, aber auf jeden Fall, da hat's schon wieder gewackelt, weißt du, ganz komisch. Dann mit der Bezahlung von dem ganzen Shit ist im Moment irgendwie, ich hab halt schrieb bekommen, dass theoretisch bezahlt werden kann und wo das hingehen soll, steht da insbesondere drin. Hallo Tom, guten Abend. Ich rede drin, wo das hingehen soll, kam mir aber irgendwie komisch vor, hab ich denen auch gesagt. Und tatsächlich ist das wohl nicht so letztendlich da aufgeschrieben worden, wie die sich das gedacht haben, der aktuellen Besitzer. Und ja, jetzt muss das ausgekaspert werden. Da warte ich jetzt irgendwie auch schon seit einer Woche oder so auf eine Antwort, wo das dann hingehen soll. Da sind doch irgendwie Banken involviert, wo die ihre Darlehenzahlen und Darlehen hatten und da muss halt da was hingesplittet werden und da und der Rest dann zu denen und so weiter. Und irgendwie ist da was unklar. Jetzt warte ich drauf, dass ich da mal Informationen kriege. Und da hängen dann wieder andere Sachen dran, dass ich da endlich mal anfangen kann hier mit dem Ummelden von Versorgern, Pipapo und dem ganzen Geschiss hier, jetzt hängt das irgendwie so in der Luft. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber ich sehe schon, wo das hinführt. Dann muss man doch noch eine Woche auf die und eine Woche auf die warten und dann ist es auf einmal soweit und nichts ist erledigt. Ja, und dann habe ich heute, und dann habe ich heute ein Schreiben gekriegt von der Hausverwaltung hier. Ich habe Anfang Januar schon meinem Vermieter gesagt, Kündigung, Pipapo, drei Monate Frist und so, alles klar, hat er mir auch bestätigt. Heute kriege ich von der Hausverwaltung hier ein Schrieb, dass mein Kündigungsschreiben bei denen erst so spät angekommen ist, hat er scheinbar weiterhin geleitet, dass ich noch einen Monat später erst, dass die Kündigung erst einen Monat später als eigentlich gedacht wirksam werden würde, aufgrund der Frist. Aber ich bin der Meinung, ich habe die halt eingehalten und mein Vermieter hat mir auch gesagt, dass es okay ist. Und jetzt habe ich ihn mal angefragt, wie das denn jetzt ist. Kann er mir jetzt bestätigen, dass ich auch wirklich den früheren Kündigungstermin wahrnehmen kann? Meiner Meinung nach habe ich fristgerecht gekündigt, bei weitem. Naja, also das ist schon wieder so das nächste Ding. Naja, hat er mir per E-Mail bestätigt. Wahrscheinlich hätte er noch nicht einmal von sich aus, hätte er noch nicht mal einen Brief geschickt haben wollen, aber ich habe darauf bestanden, dass ich ihm das per Brief schicke. Ich hätte auch darauf bestehen sollen, dass er mir auch noch was schickt, dass er das gekriegt hat. Naja, zumindest habe ich seine E-Mails. Naja, ganz komisch. Mal gucken. Naja, Luxusprobleme hin oder her, aber auf einmal hat man weder die Wohnung hier noch das Haus, weißt du? Das ist ein bisschen schwierig. Naja, gut, ich meine, der Straße würde ich nicht sitzen, aber... Hm. Hm. Ja. Hm. Wie lange ist dann Streampause? Gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Keine Ahnung, ich werde versuchen, irgendwie wenigstens Lebenszeichen von mir zu geben, aber kann ich noch nicht genau sagen, wie das wird. Das werden wir uns auf uns zukommen lassen müssen. Tja. Tja, tja, tja. Naja, ich hoffe, der sagt jetzt einfach, er erklärt das mit denen und das... Egal. Letztendlich muss er ja sagen, bis wann er Miete haben will. Das kann ja eigentlich nicht die Hausverwaltung von mir verlangen. Tja. Naja, naja, naja. Egal. Egal. Gucken wir einfach mal. Wird schon irgendwie. Aber ihr seht schon, da geht's los. Naja, da steht, das ist der Vermieter vertreten durch, die diese Hausverwaltung hat. Ich nenne das immer Hausverwaltung, ich weiß gar nicht. Halt so Immobilienverwaltung irgendwie. Aber vertreten durch heißt ja nicht, dass die meine Vertragspartner sind direkt, würde ich sagen. Die müssen sich dann ja eigentlich daran halten, was er von mir haben will oder nicht, denke ich. Anderes Thema, bin mal da. Alles klar, mach das. Naja, ich will euch nur ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, wenn ich dann irgendwie die Möglichkeit habe, wenn ich es irgendwie, irgendwie mal Hallo zu sagen im Stream oder so, dann mache ich das. Dann ist das gleichzeitig für mich auch eine Art Videotagebuch. Vielleicht. Mal gucken. Man darf sehr gespannt sein. Es wird sicherlich auch, selbst wenn das jetzt alles über die Bühne geht, werde ich da sicherlich nicht am ersten Abend irgendwie schon alles aufgebaut haben oder so. Mal gucken. Werde ich einmal von da, einmal von da streamen wahrscheinlich. Mal schauen. Tja. Ja, naja, 50 Megabit Down hat meistens so an sich, dass nur 10 Megabit Up sind. Das würde mir im Grunde auch reichen. Aber so ein bisschen verwöhnt ist man ja schon, ne? Hm. Ja, ein Megabit Upload ist definitiv ein bisschen wenig, ja. Tagebuch mit Laptop. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie mit dem Handy streamen kann oder so. Geht ja eigentlich irgendwie mit dem Laptop. Ja, kann passieren. Mal schauen. Ja. Es wird bestimmt irgendwie eine Zeit kommen, wo ich hier irgendwie nicht mehr so richtig was habe und da auch nicht so richtig was habe. Und dann weiß ich nicht. Dann sitze ich irgendwie auf dem Boden und sage mit dem Laptop Hallo. Wenn ich denn Internet habe. Mal gucken. Es wird sehr spannend auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird es so passieren. Tja, ja. Joa, und ansonsten. Wochenende. Wochenende ist eine gute Sache. Kann übrigens sein, dass der morgige Stream, ich will da noch nichts versprechen, aber kann sein, dass der morgige Stream mit anderen Leuten geschehen wird. Dass ich mich da wo dran hänge. Mal gucken. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf oder soll oder nicht oder was. Naja. Wir gucken einfach mal, was passiert. Insofern wird vielleicht ein bisschen special. Richtig. Richtig. Mit Betonung auf Kappa. Korrekt. Ah ja, hier. Übrigens, der Name des Streams ist heute Programm. Ja. Wisst ihr Bescheid. Der Titel des Streams ist Programm. Machen wir gleich mal. Half-Life 2 Episode 2. Guten Abend, äh, Garai. Wie geht's? Guten Abend, guten Abend. Ui. Yay. Endlich ist es soweit, wa? Ich glaube, die Episode ist länger als die erste. Das werden wir heute nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Hm. Haben wir die letzte in einem durchgezockt? Hm. Oh, Urlaub war's. Ich muss mir dann auch mal Urlaub nehmen, eine Woche oder so. Ich glaube, die Woche mit dem Umzug ist sogar ziemlich günstig gelegen. Um Feiertage rum. Also, ist ein bisschen ungünstig, was so Internetanschluss und so angeht. Aber, ja. Genau, da muss ich mir auch mal ein paar Tage freinehmen. Spare ich mir noch auf, bis dahin. Hm. Ja. Ach, vielleicht zwei Episode 1 muss schon letztes Jahr gewesen sein, oder? Wahrscheinlich. Mal. Ich hab übrigens, ich hab das Spiel ungefähr eine Minute gestartet, um Einstellungen zu machen. Und ich habe ein Achievement gekriegt. Gartenzwerg allein zu Haus. Die Beschreibung ist... Moment, kann ich mir die komplette anzeigen lassen? Hier. Wenn sie diese Errungenschaft sehen, hat Gabe Newell den Gartenzwerg Chomsky erfolgreich ins All befördert. Falls sie die Errungenschaft Aufstieg herstellen nicht gleichzeitig erhalten haben, hat Newell seine Pläne, Chomsky ins All zu schießen, abgebrochen. Okay. Cool. Sagt euch das was? Ne, jetzt so spontan nicht. Hm. Ach so, okay. Gut, gut. Interessant, dass ich das dann direkt am Anfang gekriegt hab. Halo, was? Ist das Halo? Hallo, hallo Universum. Hm. Na gut, egal. Auf live meinst du vielleicht, oder? Regal, ganz Regal. Hm. So viel Hände, genau. Ja, ja, ja. Was? Das ist nicht dasselbe? Ja, ja. Oh. Moin, moin, Johann. Na du? Alte Socke. Ah, haben die Baumärkte immer noch zu. Ah, die Friseure machen bald wieder auf, hab ich gehört. Hm. Ist doch auch gut. Abholung, aha. Hm. 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 Weiß ich nicht. Ich bin schon länger nicht mehr als 200 Meter um meine Wohnung gegangen. 250 Meter weiter ist ein Baumarkt, aber keine Ahnung, wie es da aussieht. Dürfen nicht Abholungen machen, was? Hm. Na gut. Ja, gut. Vielleicht wollen die auch verhindern, dass zu viele Leute sich da knubbeln am Parkplatz oder so. Ah, verstehe. Ein bisschen Material. Aber gibt es auch das gute Material oder eher so? Zu Not geht auch das. Zu Not kann man auch Müsli als Zement benutzen. Wenn man das Verhältnis von Milch und Müsli richtig hinkriegt. Ähm. Schleim, ja. Mal gucken. Oh. Hm. Na gut, na gut, na gut. Machen wir das so. Ich mache schon mal Recording an, bevor ich es vergesse. Test, test. Okay. So, jetzt noch ein Test-Sound. Wo ist denn hier ein Sound? Ah, auch die .tube. Da gibt es doch Sounds, oder? Funktioniert sehr gut. So, aber jetzt nicht Ochi.tube gucken. Wir sind jetzt hier bei Ochi.live. Wichtiger Unterschied. Na gut, na gut, na gut. So, ich hoffe, ich habe alles eingestellt. Musik auf Hälfte. Mausgeschwindigkeit Maximum, so wie beim letzten Half-Life-Teil. Grafik auf, auf Uber. Uber-Modus. Dann kann ja nichts schief gehen. Ach so, das Spiel noch umstellen. Wunder. 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 Half-Life 2 Episode 3. Wie, Episode 3. Was? Steht Half-Life 2 Episode 3. Gibt es das? So. Half-Life 2 Episode 3. Das wäre mir neu. Oder ist das irgendwie ein, ein, ein... Näh. Irgendwie ein Community-Ding oder sowas. Half-Life 2 Episode 3 wird von Fans verwirklicht. Ist eine News von 2018. Ach, war es echt? Ist was jemals geschehen? Das bezweifle ich, ja. Egal. Machen wir erst mal zwei. Ja, das, das habe ich jetzt auch so beim Querlesen gesehen. Dass das wohl nicht umgesetzt wurde. Habe ich hier noch was gesehen, dass Fans das machen wollten? Ja, gut, aber... Das ist natürlich einfacher gesagt als gemacht, ne? Hm. Kann sein. Modding schön und gut, aber unter dem Namen... Half-Life 3, ja, so. 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 Half-Life LX soll ganz gut sein. Oh. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Irgendwo. Bei diesem Typen mit den zwei Daumen. Mhm. Und ja, Tom, habe ich das überhaupt gesagt? Hier, Tom. Äh. Nice Flüssigkeit. Ah. Das ist alles, was ich dazu sage. Nice Flüssigkeit. Doch, habe ich glaube ich, ne? Irgendwann müssten wir uns eigentlich nochmal LX angucken. Da gab es doch irgendwie irgendwelche Add-ons oder Mods oder keine Ahnung. Müssen wir uns nochmal angucken. Na ja. So, dann legen wir einmal los. Ich würde sagen, ich gehe dann mal ins Hauptmenü. Und da sagen wir dann einmal YouTube Hallo, oder? Hm. Und dann gucken wir mal, wo uns diese Reise hinführt. Mal gucken, mal gucken. So, das ist das. Das ist das. Das ist gut. Dann sage ich schon mal bis gleich. Und viel Spaß schon mal. Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück. bei Half-Life 2. Heute mit der Episode 2. Episode 2. Oha, hier sieht man schon. Hier sieht man schon die Katastrophe. Stimmt. Das letzte Mal sind wir mit dem Zug abgehauen. Und dann ging das große Upsi los. Wie das immer so ist. Hier sieht man noch das Upsi im Hintergrund. Hier der Turm auf Halb 8, glaube ich. Und irgendwelche Rettungskapseln und Pipapo. Wir werden sehen, was passiert ist. Man weiß es nicht so genau. Ich mache einfach mal ein neues Spiel. Wir schauen, ob es funktioniert. Nach White Forest. Nach White Forest. Und Spiel starten. Viel Spaß. Cool. Das Intro hat... Es wackelt. Das Intro hat nicht sehr lang gedauert. Ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ist ja Monate her schon wieder. Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe eine Taschenlampe, eine Funzel. Cool. Hier vielleicht? Nee. Können wir uns hier rauszwängen? Oder können wir nicht hier aufmachen? Ah, hi. Hi, hi. Relativ. Danke. Cool. Doc ist hier doch bestimmt irgendwo in der Nähe, oder? Ah, oder so. Oder so. Okay. Na toll. Alter. Hä? Hallo. Danke. Ich habe ja auch den Anzug. Bist du dir sicher? Komm, wir sollten weiter. Die Kombinen werden uns nicht vergessen haben. Ich habe eben Votigons gehört. Vielleicht sind sie noch hier. Der Weg zu meinem Vater ist noch weit. Da käme uns etwas Hilfe sehr gelegen. Richtig. Gut. War es das mit der Ansprache? Alles klar. Dann gucken wir mal. Also hier können wir. Können wir hier? Weiß ich nicht. Kann ich hier aufmachen? Ja, kann ich. Dann gehe ich erstmal hier gucken. Gibt es hier noch irgendwas zu ballern oder so? Ah ja. Ah ja. Da sind wir wieder. Das ist die Alex. Ja. Das ist richtig. Ich. Hm. Gut. Nach White Forest. Aha. So wie auch die, ähm, ja, äh, das Chapter hier heißt. Ja. Ja. Das sieht übel aus. Das ist hier Versorgungskiste. Was denn? Gut. Alles in Ordnung? Ja, ja. Es ist, wie damals, in den ersten Tagen. Wie BK da war. Hoffe, davon gibt es nicht noch mehr. Wir haben überlebt, aber die Brücke nicht so. Ja, sie hat eine Knarre, ne? So was. Und hier, hier weiter? Nee, oder? Nicht da. Nicht. Ah, ich kann hier, oh, ich kann hier tatsächlich. Es hat ja nicht lang gedauert. Es hat ja nicht lang gedauert. Müssen wir jetzt zur Brücke, oder was? Oh, nee, müssen wir jetzt. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Ah, 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 ah. Äh, nicht so, nicht so gut. Ich verstecke mich hier mal. Oh. Ah. Ah. Ach, da ist kaputt gegangen. Ah, das muss einem ja mal gesagt werden hier. Ach, Mensch. Oh. Und Steine aufnehmen. Cool. Äh, 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 äh. Ah, wenn ich mich nicht selber erschlage. Äh, komm, wir gucken mal hier. Wir gucken mal, was hier geht. Ohne Scheiße. Erstmal Glock. Böck. Oh Mann, ey. Scheiße. Entschuldigung. Ich, wenn man mir ein Gravitron gibt. Weißt du, Rebellen, ja. Ach, ja. Irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas zu vergessen. Oh, guck mal da. Ein Endlion. Hier ist die Taschenlampe ein bisschen nützlicher. In der Tat. Cool. Was, nicht? Nicht das? Doch, hier kann ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Meine Brechstange, ja, gute Frage. Kaputt. Kaputt gemacht. Zerbrochen. So ein Mist. Ich hör doch Viecher. Ich hör doch, ich hör doch Viechers. Ja. Ach, sie schießt. Ach, das ist die, das ist die Pistole. Echt? So ein Automatikding. Cool. Okay, das war das. Das war. Wow, Vorsicht. Oh mein Gott. Jesus. Ich muss das jetzt ins Auge gehen können. Nee, aber nicht, dass die mich, äh, die mich gleich anschießt. Karwum. Genau. Karwum. Karwum. Ja, das passiert. Wenn man so lange nicht mehr Half-Life gespielt hat, dann vergisst man sowas. Oh, die kämpfen gegeneinander. Na, guck. Finde ich das jetzt gut oder nicht so? Hm. Komm mal runter. Komm. Äh, 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 Vorsicht. Vorsicht. Ich geh mal hier gucken. Aha. Noch weitere. Das lebt noch. Ah, hier, ja. Das lebt noch. Hm? Oh, hier hätte aber was drunter sein müssen. Ein bisschen Half-Life oder so. Eigentlich, finde ich. Na, dann halt nicht. Ah, da ist was. Sehr gut. What? Das geht nicht. Was? Wie? Ach so, ach so. Ey, benutzen wir doch die Klinke. Hm, okay. Das ist ja langweilig. Oh, Mann, ey. Ah. Beende deine Sätze. Toll. Ja, das sind ja... Alles im Arsch. Mal sehen, vielleicht kann ich's reparieren. Ey, hier. Guck mal, ich hab eine Idee. Alex, ich hätte... Okay. Ich hätte eine Idee. Ich schmeiß die uns da gleich was runter. Verdammt. Das könnte etwas dauern. Hey, wenn dir eine Lösung hierfür einfällt, dann sag's ruhig. Äh, nö. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, dass da was umgestellt wär. Ja. Macht sie das jetzt, oder? Oh, so. Gleich nur ein Bug, ja. Erstaunlich. Stecker in Dose. Ja. Haben wir gemacht. White Forest. White Forest, hier ist Alex Vance. Bitte kommen. White Forest, bitte kommen. White Forest, hört ihr mich? Alex, gütiger Himmel. Bist du das wirklich? Ja, und Gordon auch. Uns geht's gut. Wir sind raus aus City 17. Alex. Zum Glück. Ich kann's kaum glauben. Keine Sorge, uns geht's gut. Aber mit der Zitadelle ist was komisches passiert. Ja, wir haben die Situation von hier aus beobachtet. Die Ladung der Kernreaktion wurde in einem kohärenten Strahl von Portalenergie gebündelt. Das sind die Kombahnen. Sie wollen einen neuen Zugang schaffen. Ja, was wir hier sehen, ist der Beginn eines Superportals. Erreicht es seine volle Strahle... Das wäre ein neuer Sieben-Stunden-Krieg. Nur, dass wir diesmal keine sieben Minuten durchhalten würden. Verdammt. Sieben Minuten. Deshalb haben Sie so viele Daten aus der Zitadelle gesendet. Daten aus der Zitadelle? Im Kontrollraum. Sie haben gewaltige Datenmengen direkt in die Kernzerstörungssequenz geladen. Haben Sie das gehört? Das ist bestimmt der Portalkode der Kombahnen. Ja, ja, ich bin ja nicht taub. Ich habe das ganze Paket kopiert. Seitdem sind Sie hinter uns her. Natürlich haben Sie das. Schließlich hängen all Ihre Pläne davon ab. Das sehe ich. Wieso ist das? Irgendwo in dieser Sequenz müssen Sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was Sie da haben, Fräulein, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Oh Gott. Also, wenn ich mich nicht irre und ich wüsste nicht warum, dann haben Sie den Code, den Dr. Mossmann bekommen wollte. Wie schnell können Sie hier sein? Wir müssen uns erstmal orientieren, aber ich denke, wir... Die Zeit drängt. Wir müssen den Start vorziehen. Sobald Sie mit den Signaturdaten hier sind, codieren wir den Satelliten und schießen das Ding ins All. Können Sie schnell wie möglich hin? Oh Gott. Dad? Dad? Du brichst ab. Bitte kommen. Dad, hörst du mich? Dad? Äh. Oh. Oh. Hallo, Kabi übrigens. Hallo. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Einschränkungen für untere Level in Kraft setzen. Wir müssen weiter. Ja, ja, ja. Komm, komm. Mach mal. Schnell, schnell. Und ich habe immer noch keine Knarre. Das stört mich. Oh, hier. Guck mal. Was? Was? Gut. Da lang, da lang. Hier lang, da lang. Huch. Oh. Ah. Kann hier was nehmen, tatsächlich. Na, sowas. Ah. Jesus, erschreck mich doch nicht so. Wir heilen uns jetzt aber wieder, oder? Glaube. Ah, ich sehe doch, wo das hinführt. Ich weiß nicht. Ist das wirklich besser? Also, ich fände, ich würde mich mit Knarre sicherer fühlen. Ehrlich gesagt. Was die Leute um mich herum sagen. Naja, gut. Das ist nochmal eine andere Frage. Ah. Hä? Ich will noch irgendwas abstauben. Nö. Super. Das hat funktioniert. Ja. Ich kann immer darauf bauen, dass du einen Ausweg findest. Da guckst du, ne? Cool. Dr. Magnussen hat eine alte Rakete in White Forest. Damit würde er gerne einen Satelliten starten, um auf das alte Array von Black Mesa zuzugreifen. So, so. Aber als die Combine noch unversehrt waren, war an einen Start nicht zu denken. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Satelliten das Portal ausschalten, aber ich schätze, wir finden es raus, wenn wir da sind. Ja, dann machen wir das doch mal so. Und dann können wir weiter schwallen. Erstmal Lösungen. Lösungen an die Sonne hier. Was ist das hier? Hier ist ja fast offen. Geht aber nicht. Okay. Gleich hier hinten. Das war nicht Dog, oder? Hast du das gehört? Ja. Ich hab's auch gesehen, ehrlich gesagt. Ha. 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 Aber der sah doch ganz nett aus, oder? Der hat lustige Geräusche gemacht. Lustige Geräusche. Dann kann ja nichts schief gehen. Dann komme ich hier hoch. Tatsache. Ausgerechnet das Tor. Naja, vielleicht da drinnen irgendwo. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Schalterchen. Ja, mach das mal so. Irgendwo rein. Ja. Vorsicht. Gladde Feld. Aha. Aha. Gigi, gigi, gigi. Ah, warte mal. Hier so. So. Hier geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Aha. Oh, hi. Hallo, hallo. Ja. Ich bin's nicht. Ah. Oh Gott. Ui, 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 ui. Oh, doch nicht so lieb. Oh, das sah ja nicht so gut aus. Ah. Ah. Entsetzends laute in, äh, Dingsbums-Sprache. Ah. Oh. Oh, I'm world-tiger. Alex Vance. Alex Vance. Alex Vance. Welch Leidgeschah. Ah, Dr. Freeman. Ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ist. Aber, Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Sei vorsichtig. Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Ich will die meinen rufen. Mach das. Oh, Mom. Okay. Ich dachte... Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein Psycho-Hokus-Pokus. Aber nein, das war ziemlich direkt. Einfach. Wir treffen die meinen in einem Versteck unter der Erde. Bringen wir sie schnell dorthin. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Ich hab immer noch keine Knarre, Dude, aber okay. Eilen wir, Freeman. Hilfe erwartet uns in den Minen. Gut. Gut, 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 gut. Klingt gut. Klingt gut. Ah, können wir noch irgendwas aufsammeln? Hier, pullen. Warum haben die nicht so eine coole Flüssigkeit? Ich würde jetzt am liebsten sagen, bleib am besten zurück. Pass auf sie auf. Andererseits, so ein bisschen Hilfe könnten wir auch gebrauchen. Ah. Hä, ich hab geguckt. Hab ich vorhin ja auch schon angedeutet. Ähm, wir müssen... Kann ich da... Vorsicht, Freeman. Ah, guck, da. Da, 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 da. Ne. Das hier, nehmen. Ah. Oh. Oh, nee. Weiter, Freeman. Wenn er es vermag. Ich bringe sie auf und über zu den Meinen. Ah, okay. So viel dazu. Auf uns allein gestellt. Natürlich. Aber wir haben eine Brechstange. Das ist doch gut. Sehr schön. Ein bisschen Britzel, Britzel. Das ist auch gut. Physik. Ja. Oh, Chrom. Shader, Shader. Was? Nicht Brechstange. Was? Was? Eigentlich ist das Ding geiler, oder? Ah. Irgendwas, ne? Irgendwas absahnen. Nö. No, 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 no. Oh je. Das kann dauern. Oh, ha, ha, halt. Ne, da komme ich nicht durch. Das sah nur so aus, als ob der offen ist, aber... Oh, ne, herangeht da ist er. Gitter. Nein, nein, nein. Also ich fand hier die AI durchaus manchmal nicht ganz scheiße. Muss man so zu sagen. Komme ich da hin? Kann ich wahrscheinlich... Ja, Mann, da geht ja wieder alles runter. Das ist ja eine Katastrophe. Kann ich mir das irgendwie ranholen? Oder kann... Muss ich abwarten, eventuell? Muss ich weiter oben hin? Kann ich hier hin? Ich kann hier hin. Ah ja, das ist ja gut. Oh, okay. Oh, hier. Oh, gut, dass ich geguckt habe. Oh, sehr gut. Oha. Eine Waffel. Wir haben eine Waffel gefunden. Das ist gut. Kann ich das Ding angreifen? Ah. Oh, okay. 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 Okay, es ist weg. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Also, jetzt kommen wir aber hier ran. Das ist ja auch gut. Und noch ein bisschen Moon. Sehr gut, sehr gut. Ich sollte vielleicht das Ding hier mitnehmen, oder? Und was für Tasten war nochmal schnell speichern? F6? Ich gucke mal eben nach. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Speichern 6. Laden 9. Zack. Wichtigste Taste. Wichtigste. Warum rumpelpumpelt es? Warum macht es so Sachen? Warum macht es so Sachen? Oder hä? Oh, hallo, Kollege. Wie geht's? Wie geht's? Das ist genau die richtige Frage. Ach, hi. Ich würde mir gerne noch ein bisschen Moon sparen, solange es geht. in Ordnung. In Ordnung. Schwimmen. Danke. Danke. Iiii. Wo sind wir denn hier? Oh. Ich weiß nicht, ob ich sie süß finden soll, oder nicht. Hm. Okay, soviel dazu. Oh. Gibt Gesundheit. Cool. Mal sind sie gar nicht mehr so niedlich. Ich bin jetzt draufgetreten. Ah. Oh, oh, oh. Oh, bin ich jetzt draufgetreten? Das tut mir leid. Ah. Moment, das muss ich mal eben testen. Iiii. Pfui. Guckt schnell weg. Iiii. Oh. Raupi. Ah. Tut mir leid, aber es geht ums nackte Überleben. Ah. Na gut, die kann ich jetzt lassen, weil wir haben schon genug Gesundheit. Dann ist ja gut. Das ist ein bisschen eklig hier. Hm. Ach, guck mal. Wir haben doch noch ganz viele. Ja, kein Problem. Ah. Na gut, das war jetzt offenbar unvermeidbar. Hm. Schnelles Raupi. Turbo Raupi. Turbo Raupi. Iiii. Wer bist du denn? Jao. Schöne schön. Iiii. Na und jetzt? Boah ey. Jaaaaa. Entschuldigung. Die sind neu. Die sind neu. Möchte ich nur einmal, äh, sagen. Diese umgekippten Dinger, ne? Also. Da, da müsste eigentlich was drunter sein. Also, eigentlich ist es doch gesetzt, dass da was drunter sein müsste. Behaupte ich. Ah. Ah. Kann ich vielleicht... Kann ich da hier... Ah, da, 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 da. Kann ich das... Oh, ich hab noch... Oh, ich hab noch... Nein! Ich hab das Gravitron nicht mehr ausgerüstet. Ich hab natürlich... Ah, fluchte Hacke, jetzt hab ich abgedrückt. Das war die rechte Maustaste. Oh, warum kann ich da runter? Ist das sinnvoll, da runter zu gehen? Na gut, dann müssen wir eben... Dann müssen wir eben kämpfen. Das nutzt ja nix. Glauben. Speicherung. Ja, egal. Da sollen wir direkt da... Da runter einfach. Ah, da ist auch... Hier. War nix. Ah, ja, 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 ja. Oh, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen hier. Muss erstmal wieder in Kampfmodus reinkommen. Ah. Ist aber auch ansonsten nix, ne? Naja. Ach, guck mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Alles gut, da sind auch noch Dinger. Ich komm mal da rein. Und ich, dass ich jetzt zwingend notwendig ist. Bin da irgendwie echt? Hm. Naja, egal. Ja, ich weiß, aber helft brauchen wir grad nicht. Höchstens Anzug. Anzug helfen. Oh. Äh. Upsi. Wir wird noch ein langes, glückliches Leben haben. Keine Sorge. Mann, wir werden aber reich beschenkt hier. Entschuldigung, 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 aber das wollte ich nicht. Jetzt auch noch fliegen. Iiii. Hab sie doch genau gehört. Ah, Vorsicht. Vorsichtig. Mann, das ist nix für Klaustrophobiker. Das ist das Schlimme. Das ist doch schlimmer als die Viecher. Diese Enge. Nix für Klaus. Hm. So, da hab ich hier. Ich komm da nicht lang. Moment. Oh boy, ist das eng hier. Das ist ja ganz furchtbar. Endlich. Endlich ist das Ding kaputt. Das macht mich ja ernsthaft nervös, wie eng das hier ist. Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt sind wir hier. Aha, I see. Aha. Und da geht's jetzt weiter. So rum ist das gedacht. So, ja, aber vorsichtig sein. Vorsichtig. Ui, 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 sagte er. Oh, 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 au, 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 au. Ja, toll. Ja, großartig. Ah, echt toll. Komm ran. Komm ran. Ah, ich hab's versucht. Ah, ein bisschen ranholen. Ey, will aber nicht kommen, ne? Hm. Ein Buhenfass. Aua. Aua, 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 aua. Oh, haua, haua, haa. Gut. Da hat doch irgendwas, da hat irgendwas runtergespuckt, ja. Ganz genau gesehen. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ja. Ja. Ja, ist es denn? Hahaha. Was? Echt ein Schuss ausgehalten? Ein Schuss nicht gehört, ey. Hm. Na gut, na, upsie, das, Entschuldigung, tut mir leid. Oh. Ätzende F... Scheiße. Uh. Aua. Ätzende Dinger. Da ist ein bisschen Anzug, das ist gut. Das können wir mal probieren. Das können wir mal versuchen. Nein, die sind zu schnucklig. Die mach ich jetzt nicht weg. Sag ich jetzt noch. Okay. Glaub ich. Weiß ich nicht. Da ist zu. Oh, kommen wir hier weiter unter Wasser? Nee. Ein G. Ja. Stimmt, dass hier das hin und her wechseln. Ich hab auf jeden Fall geschossen. Okay. Okay. Ich glaub, das hat funktioniert. Oh, das sieht hier aber nicht gut aus. Ein ganzes Bötchen. Das sieht hier aber nicht gut aus. Was? Wir sind voll mit der Dings? Warte mal, warte mal, warte mal. Echt krass. Ich sollte mehr Shotgun benutzen. So. Hier noch irgendwas. Hier noch irgendwas. Nix irgendwas. Gut. Oh. Hey, hey, hey. Oh. Die werden alle abgeholt. Ich kann die, ja, ja. Ich kann sie umkippen. Mehr Shotgun. Au. Ja, ich könnte jetzt zurückgehen. Wegen den paar Schüsschen weiß ich nicht. Unsicher. Komm ich da vorbei? Oh. Schön. Hallo. Ja, na, na, na. Alter. Was? War da was? Nee. Was? Was machen die denn? Was tut ihr? Was? Was ist denn da? Ganz merkwürdig. Keine Ahnung. Wurden die von dem erwischt? Irgendwie können die mit Wasser nicht. Wurden die nicht schwimmen? Kann das sein? Ei, 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 ei. Ei, 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 muss es noch irgendwas geben? Gibt es hier noch ein bisschen? Was? Was? Ich komme hier nicht hoch? Ich muss mich verarschen. Also. Ja, ach. Ja, die bringen Hilfe. Deswegen wollte ich hier gerade noch ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Nee. So. Nee, wirklich nicht viel. Eigentlich nicht. Machen wir mal ganz ehrlich ist. Boah, ich hasse diese Viecher. Hey, wie der geglotzt hat. Ja, 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 das ist doch eine Falle. Das sehe ich doch von hier. Da ist... Wo bin ich denn jetzt die Nate her? Hallo, Adjani. Guten Abend. Wie geht's denn so? Habe ich noch Espresso? Ja. Der will uns doch wohin führen. Will uns wohin locken. Oh, die muss man ja nur antitschen. Echt. Ei. Oh, hier sind ja noch mehr. 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 Ich probiere es noch mal. Nee. Nee. Es schien jetzt nicht so viel gebracht zu haben. Okay. Das geht. Wow. Das Blöde ist, dass man nix sieht. Scheiße, ich sehe nix, ey. Fuck. Oh. Negativ ist gut. Immer negativ bleiben. Ei, 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 ei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht so effizient, ey. Ja, better luck next time. Geht's auch weiter? Ja, ich vermute fast mal, ja. Puh. Puh. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Hm. Was ist das denn? Eine Gurgell. Aha. Hat ja auch lang genug gedauert bis zum Ladescreen im ersten. Äh, das Wortaleleid. Das Wortaleleid. Da, da war das Wort Halleleid. Habt ihr es alle gesehen? Habt ihr es alle mitgekriegt? Gut. Oh. Hi. Hallöle. Du Blödmann. Das ist Gordon Freeman. Der Vortikon sagt, er sei auf dem Weg. Dr. Freeman, Alex Wanz ist hier drüben. Der Wort kümmert sich um Sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was ist das denn für eine Gerätschaft hier? Aha. Lustig. Puh. Sehr gut. Man hat sich gerade noch so gerettet. Gerade noch so. Was ist das denn? Ach so, ich dachte, das ist eine Tragetasche mit Lambda-Symbol. Hätte ich genommen. Hätte ich keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Rucksack, finde ich. Ein runder Rucksack. Ja. So, ja, Moment. Ich muss mich hier eben umgucken. Sekunde. Aha. Siehst du, das wollten die nämlich vor uns geheim halten hier. Jetzt kommt hier gleich der Zug. Hm. So, so, so. Hier haben wir noch was. Hier haben wir Dingsi. Hier haben wir bepinselte Minen. Gut. Mhm, 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 mhm. Haha. Moment, Moment. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Aber das ist aber nicht so gut. Ah. Wir meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Naja, also das. Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Ja, klar. Ich erklär dir die Ameisenlöwen-Sensoren. Ah. Hier ist Nachschub. Wenn was ist. Medikids, Munition und so. Cool. Ja, ja. Anzug wäre nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oh, gut. Ah, hier hört er haben. Hallo. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Hey, Doc. Auf dem Weg hierher. Dir ist niemand gefolgt, oder? Hör nicht auf ihn, Doc. Wir sind angespannt in Herr Wimmels von Ameisenlöwen. Der Wort sagt, solange wir nicht auf ihre Larven treten, sollten sie uns vom Nest aus nicht hören. Nun ja, ich würde es nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch zwei Türme. Und selbst die sind nur noch mit Draht und Kräuter zusammengehalten. Gut sie da zu haben. Und die ganzen Minen. Ich will nicht die Hand für sie ins Feuer legen. Hey, Griggs. Zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Oh ja. Da unten beim Wort. Alles, was du brauchst. Sie kommen! Coole Präsentation, Dude. No, 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 no. Mhm, mhm. I see, I see. Ich mache immer eine Speicherung. So, ich versuche mal Mund zu sparen, ne? Wenn es geht. Würde ich sagen. Sicherlich werden die anderen Ampeln auch irgendwann dingeln. Doc, schon mal einen Ameisenlöwen gesehen? Ne, deswegen könnt ihr mir alles erzählen, wie die aussehen. Ah. Oh, jetzt? Das war jetzt ja nicht so spannend. Ja, wir haben den Durchbruch. Alles okay, solange sie nur einen tollen. Ach, da ist auch noch ein. Hey, Freeman, kümmere dich um die Tür. Da auch noch. Oh je. Zack. Hm, ich weiß nicht, ob der so gut steht. Ja, er kippt eher um. Oh, so. Gleich wird die Scheiße am Dampfen sein. Noch funktioniert sie am. Puh. Langweilig war es hier. Langweilig. Oh, zwei. Oha. Oha. Ich eile. Ich schabute mich. Oha. Uiuiui. Schneller, Freeman. Vorsicht, Radioactive Man. Ah, schaffen die das? 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 What? Bleiben wir hier? Ah, denkst du? Uäh. Wie ein altes Ehepaar. Weißt du? So, hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber die beiden stehen da. Na gut, von mir aus. Die passen auf, ne? Ja, das sind, genau. Das klingt schon mal sehr ermutigend. Ich hab hier ja eigentlich auch genug von der Moon, ne? Ist ja eigentlich scheißegal. Ich kann ja auch helfen. Kann ja gleich hier nachfüllen, irgendwo. Waren die andere Kiste? Da hinten? Schäckli. Was? Schäckli. Was? Vergiss es. Wir haben den Durchbruch. Rietung, den 24. Oh Gott, der kommt wohl überall. Wer war's? Na toll, und jetzt? Das Geräusch ist sehr merkwürdig. Blub, 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 blub. Unten liegen auf jeden Fall auch noch Kisten rum. Das wird, glaub ich, für die hier sein, ne? Oh, au, 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 na toll. Na toll. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kann ich das nicht wieder so machen, dass ich sie umschubse und die schießen dann drauf? Wäre doch auch eine Möglichkeit. Alright. Okay. Au, 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 au. Au, 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 au. Was ich mal nachladen müsste? hier ein bisschen unterstützung hier ist nicht so viel dann gehe ich mal hierhin würde ich sagen wo das liegt hier toll kann das da stehen und ich gehe mal hierhin leider gerade nicht so viel auf den chat achten an die moon geht aber schnell alle richtig bist du dir da sicher wie kommst du denn da drauf hier ist ja ja gut links und rechts sind wir durch die dinger da einigermaßen geschützt die sind da dann gucken wir mal hier nicht beachten alles klar kein chat lesen gut mach ich würde ich nie drauf kommen was ich okay Okay. Okay. Okay, ich hab schon wieder keine Moon. Wie schnell das geht. Unfassbar. Haben wir es bald. Haben sie... Haben die sich bald ausgeschissen? Schrot können wir auch mal probieren. Habe ich auch schon überlegt. Können wir mal testen. Ich hätte gern das da. So. Oh ja. Oh ja, das geht gut. Ich muss nur irgendwann nachladen. Das ist blöde. Oh. So zwischendrin. Genau, wenn wir einmal ein bisschen Zeit hat. Das Gute ist, dass man hier das Nachladen auch pausieren kann. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, das Ding brennt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Schnell, schnell. Wow. Laden, laden, laden. Aua. Ei, 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 ei. Ja. Aber nur hier. Drei. Drei. Nicht zu müde. Na dann. Oh Gott. Los. Drei Lichter. Oh man. Verdammt. Oh man. Verdammt. Ah. Was? Huch. Hä? Was? Oh. Was, was, was geschieht? Ah. Hey, die Wurzhabens geschafft. Ja, ja, wusste ich. Wollt ihr nur ein bisschen Angst machen? Dr. Freeman. Haha. Bedauerlich. Die Verzögerung. Wir töteten viele Ameisenlöwen. Doch viele sind noch übrig. Alex Hans braucht unsere Hilfe. Keine Zeit. Zu viele Ameisenlöwen. Sie sollen verstummen. Cool. Äh. Helfen die uns jetzt, oder wat? Nice. Äh. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Alles leuchtet. Der Betonnel. Alles leuchtet. Ja. Speichern. Weiter. Hui. Äh. Wow. Epischer Bossfight. Go. Oh je. Werden das am rumbritzeln. Na, 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 na. Ah je. Danke. das war ganz kritisch kritisch was von da oben echt cool das war ja geil wir haben ihre anzahl hier erschöpft nun zum nächsten dringenden problem sie ist schwer verletzt eine tiefe versenkung in der worte sens ist nötig wir benötigen das larven extra das extrakt ich will das extrakt suchen das tief im nest im heiligen nektarium versteckt ist das extra aber allein werde ich es nicht schaffen wir müssen bleiben um alex ferns am leben zu erhalten bitte freeman komme er mit dr freeman es gibt keinen besseren menschleiter cool lasst das experiment beginnen so erst mal im moment erstmal nachladen hier das ist voll super gut gut ja dann dann machen wir doch mal hier ja voran dieser generator ist einzig und allein dafür darum dieses tor hier hoch und runter zu machen gut wie ich du hast ja ahnung und wir laden uns ein cool da ist klar alles klar so ja flub flub na paulo vorsicht vorsicht so so ja was denn nicht schon wieder ernsthaft ich hätte einfach warten sollen oder der schwächt ich verstehe deswegen sagt er auch dass er schwächt deswegen sagt er auch dass er schwächt ich glaube da sollte man nicht runter oder ich glaube nicht besser nicht ich glaube da sollte man nicht runter oder ich glaube nicht besser nicht ich glaube nicht einfach voran weiter voran und so oder bleibt er jetzt erstmal da bis was soll ich schweinig mach lieber mach mal den da weg was mit mehr precision da ist hier geht doch geht doch geht doch oh da noch was zum einsamlen das war dings oder schrot glaube ich äh ja nicht auf mich wegen wortsprache ja ja ich dachte das ist unser kollege nein war es nicht nehmen wir denn da ich hab mal ja zeit wenn die so weit weg sind das ist wirklich unser kollege wir benutzen wir die pistole sonst oder so und jetzt hier ja ich glaube 69 so könnten wir noch zwar ein bisschen was sammeln ja der kollege bleibt im hintergrund ich den schon so vorbereitet echt ach wirklich mach sachen ich mach mal eine zusprechung so ja so geht's auch Sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Ravenholm, finde ich. Ja gut, wahrscheinlich wegen den. Wegen den, garantiert. Ja, ja. Diese Schmerzen, ihre Bewohner, betrüben mich. Na. Oh! Was? Was? Da hätte ich jetzt da nicht gut, oder? Und jetzt? Ich weiß nicht, wie ich hier agieren soll. Ihr leckt mich doch am Arsch! Ravenholm war halt geil, ne? Also, muss man schon sagen. Das war schon, ja. Das war schon sehr schön gestaltet. Muss man so sagen. Schön speichern, ja. Das ist wichtig. Richtig und wichtig. So. Na, du kleiner! Mach ich da durch. Hey, das musst du auch hier, oder? Das muss doch gehen. Hallo! Oh! Ach, das kann man auch noch aufmachen. Guck. Oh! Oh, die sind ja schon, oh, die sind ja schon durchgepiekst. Äh, ich weiß. Ich könnte das Hells gebrauchen, aber... Oh! Da gibt's auch noch was. Da, siehst du? Dr. Freeman wird sich einen Weg finden, das Tor zu öffnen, damit wir es gemeinsam passieren können. Bist du dir da sicher? Und hier aus der Rehe? Nein, geht nicht. Ui! Scheiß, wie ich ja... Verstehe. Verstehe. Vielleicht nehme ich besser das schwere Zeug, oder? Oh, der... Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Sehr, sehr sicher. Apropos, so. Ah, eine Erzeugung der Hart, für dessen schnelle Lösung Dr. Freeman will nicht. Ich will es mit großem Interesse verfolgen. Ahaha, der ist gut. Ich mag die. Ich mag die Vortigons. Die sind lustig. Okay. Okay. Da ist ein Kollege. Hallo. Was? Was? Hat er überlebt? Oh, wer ist das denn? Oh, ja. Hat er da gerade ne... Ja. Er hat gerade ne Nate unter sich gelegt. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Meinst du, der Löwe ist schwer genug? Hast du gesagt? Ich, ich nicht. Nee, nee. So. Nunu, nunu. Nunu. So, und hier wieder andersrum, Mom. Glauben. Glauben. Lolo, lo, 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 lo. Das ist ein Depp. Ähm. Muss ich da hoch, um hier durch... Ah, nee, hier, komm mal. Da, komm mal, da, komm mal, da, komm mal. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Gut, gut. Okay. Okay. Ja. Ich nehme vielleicht die schweren Dinger hier. So. Oder? Und dann tun wir das nochmal runter. Und dann legen wir die da drauf. Und dann fährt das Ding vielleicht nicht so schnell. Weg mal. Oder? Äh? Äh? Es bringt ja nicht so viel. Muss da noch mehr drauf? Vielleicht denke ich auch irgendwie zu kompliziert. Noch was machen? Nein, halt, halt, halt. Halt, 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 halt. Oh, hab ich's kaputt gemacht? Kann man das Ding komplett befreien von den... Grosselmodule? Ja, ich glaub auch. Irgendwie sowas. Ich hab's wirklich kaputt gemacht. Ach, da ist noch eins, oder? Sekunde. Sekunde. Den Schalter so schnell einmal an und wieder ausgemacht. Oder wir müssen das hier irgendwie festklemmen. Weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Wir haben's eben schon so vor, als ob's langsamer wurde. Ja. Ah, jetzt fährt's erstmal gar nicht. Jetzt fährt's erstmal gar nicht. Und wenn wir jetzt was wegtun... Oder hab ich den Schalter jetzt erstmal ausgemacht? Nee, 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 geht los. Nee, nee, wir müssen das hier wegmachen. Ja, 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 hier. So. Wow! Oh, toll. Hast du nochmal Glück gehabt, ne? Gut. So, hast du dir auch Notizen gemacht? Bing! Drittes Stockwerk. Äh, Sportschuhe. Frische Herrenunterwäsche. Frische. Die Unfrische gibt's auf Stockwerk 4. Wichtiger Unterschied. Upsi. So. Gut. Ach so, das muss man ja nicht aufmachen. Also. Genau, ja, ein bisschen speziell, aber ja, im Prinzip, ja. Oh, ich hab da, oh, ich hab da, ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl. Wer tollpatschig ist, muss auch schnell sein. Das ist richtig. Oh, man, ey. Guti. Duh. Bam. Ja, genau, das wollte, das wollte ich machen. So, ja. Genau so. Ich wollte gerade sagen, schiebt er gleich den Wagen da los. Ah. Nee, ist nicht. Oh, ja. Oh, da ist so ein, äh, so ein Schneller. Eieieiei. Teardown, ja. So in der Art, so in der Art. Man könnte fast meinen. Man könnte fast meinen. So, ja. So, ja. Iieieie. Bisschen aus wie so ein riesen Zeckenkopf, oder? Puh. Gut. Schön. Geil. So, und jetzt? Welches Hindernis türmt sich nun wieder auf? Wollte gerade sagen, wie geht er jetzt hier hoch? Gar nicht. Hm. Hätte ich gerne gesehen, wie der klettert. Mh, ist das ein gutes Zeichen da? Hahaha. Jeden Voxel auf den anderen Stapeln, ja. Ähm. Weiß ich nicht. Ob mir das gefällt hier? Mit der Nate. Wo bist du denn? Ach, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch, oder was? Ernsthaft? Ich frag mich halt. Ich frag mich nur so. Also, ich hätte Fragen. Hä? Nicht? Ach so, kann ich hier. Oh, ich hab ja Gerät. Ich hab ja der Gerät. Ah. Ah. Oh. Ist mir das auf die Glocke? Hab ich mir da Aua gemacht. Kann ich jetzt hier durch? Ja. Och nee. Äh. 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 Oi, 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 oi. Äh. Oh, ho, ho, ho. Äh. Und jetzt? Ah, lag Trains. Ach, da ist eine hier. Da, 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 da. Da. Oi, 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 oi. Äh. Auf jeden Fall. Ah. Wasserlevel. Beste. Ah. Keine Gummis Perfekt ohne einen Freeman, der ausgeschlossen hat. Äh. Äh. Ich mag den. Äh. Äh. Ist gut. Äh. 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 Du bist super. Äh. Okay. So. Ich vermute mal, da geht's weiter. Und was ist hier? Kamen wir da her? Ich glaub, da kamen wir her, oder? Mal schauen. Ah. Guck mal, ist genau, das ist genau die Arjani-Farbe, oder? Ach so, das, äh, Tom hat aber eingelöst. Ja, das war Arjani. Sorry. Trotzdem. Kabi, vielen lieben Dank für den Resub. Danke, danke. 14 Monate. 14. Habt ihr das alle vernommen? 14. Ja. Ja, was machen? Mal hier durch. Äh. 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 Weiß ich nicht. Also jetzt nicht mehr. Aber Arjani hat doch hier so ein, hat doch so ein Pink, oder? War doch eben Pink. Glaub ich. Hm. Der 15. ist natürlich, äh, natürlich. Also ich dachte, das hätte ich jetzt nicht dazu sagen müssen. Jetzt ist es Löwen, naja. Es soll rot sein. Angeblich. Ah. Okay, das ist irgendwie cool. Das ist, ähm. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Äh, das ist cool. Das ist so ein bisschen Xen-mäßig, oder? Bis... Dort, über die Schlucht. Dieses Gewaltgerät sollte die Angriffe der Ameisenlöwen meisterhaft abwehren. Mit Zustimmung von Dr. Freeman sollten wir uns einen Weg dorthin wahren. Mit Zustimmung? Ja, du bist lustig. Dann zeig mal dein mächtiges Gerät und dann gucken wir mal, was passiert. Äh. Äh, okay. Ach, ein Stampfer. Lustig. Äh, gewaltig meinte ich. Immer ein gewaltiges Gerät, meine ich natürlich. Das scheint mir hier irgendwie ein bisschen zu einfach zu gehen. Hier einfach so rüber zu stiefeln. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich? Dieses 99 Gesundheit, ne? Das stört mich schon die ganze Zeit. Na toll. Ah, hier. 100. 100. Uah. Ah. Ja. Und jetzt? Macht das Sinn, jetzt auf die loszugehen? Oder sind die erstmal abgelenkt? Das wäre so eine Frage, die ich hätte. Ah, toll. Ah, toll. Es hat nicht gut funktioniert. Es hat, das hat nicht gut funktioniert. Zum Stammfahrer. So nicht. So nicht. So nicht. Ob man denn dahin da ist eine Leiter. Aha. Äh. Ah, Gott. Ah, Gott. Wo ist denn der, wo ist, wo ist, wo ist denn, wo ist denn hier? Ist da unten ein Schalter oder so? Feindlich. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich will da unten mal gucken. Ist kein Schalter. Ich vergesse immer wieder, dass die, dass die ein bisschen stinken. Und jetzt? Fahrstuhl. Fahrstuhl. Ich bin verwirrt. F6. Ja, habe ich vor diesem Gebündsel hier gemacht. Ah, die Nate. Geht. Aua, 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 aua. Hier ist irgendwie alles Mögliche. Hier ist alles Mögliche. Oh je. Oh, aua, 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 aua. Oh, aua, aua, aua. Was habe ich denn hier damit jetzt gemacht? Ach, fast da. Ach so. Müssen wir noch warten. Okay. Ach, da. Ach, Mensch. Zum Fahrstuhl, Freeman. Rett ewig. Ich habe hier den Fahrstuhl zu sein. Und weil Feuerler schieben. Komm nach. Das hat mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu weh getan jetzt. Oh, nun gut. Oh, boah, ey. Fast bis hier oben hin. Boah, ey. Der kleine Jumpy. Oh je, oh je. Kann ich den anmachen? Nee. Ah. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Wie sie unten weiter kämpfen, unserer Flucht nicht gewahr. Das denkst du. Nun, dies ist alles sehr amüsant. Aber vergessen wir nicht unsere Aufgabe. Die Rettung von Alex-Fans. Ich warte ja, Kollege. Ne? Klubschi. Hehehe. Aber zugucken geht, ja. Zugucken. Wie andere failen. Insbesondere der Ochi. Die Ruhe der Ewigkeit. Es besänftigt die Seele nicht daran. Ja, so eine kleine Pause ist schön. Hehehe. Wunderschöne Szene, ja. So, zack. Huch, ups, ups. Ja, so ist viel besser. So ist gut. So, ist gut. Ui. Ah, so. Wo ein Wächter ist, sind Larvenhaufen garantiert nicht weit. Sie werden meist in der Nähe der Jungen postiert. Wo ein Wächter ist, ist ein Weg. Oder so. Gut, gut. Dann gucken wir mal. Hier, was? Ich glaube nicht. Ja, hier, Glückszahlen. Sehr schön. Blub, blub, blub. Aha. Oh. Oh. Das heißt für mich, wir sollen eigentlich da lang. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Gucken. Gibt es doch bestimmt wenigstens eine Kiste, oder? Ja. Ja, aber guck mal. Hier riecht es doch nach Moon. Nach Schwarzpulver. Das ist mein Extrakt. Wie sollen wir da das sonst schaffen? Ohne diese wiederum 13 Kugeln, oder? Was ist denn hier auf einmal mit der 13 los? Sehr merkwürdig. Kaffee, ja. Ist richtig. Prost. So. Jetzt können wir uns dem Kampfe widmen. Und dem Laden. Auch wichtig. Noch ist es ruhig. Noch geht es. Ist das wieder ein Aufzug? Ist das wieder ein Aufzug? Ein Luftzug trägt den Duft des Extraktes nach oben. Was wir suchen, liegt am Grunde dieses Schachts. Schachts. Gut. Dieser Schacht führt hoch zum Raum, wo die meinen Alex Bairns versorgen. Auf diese Weise könnten wir Ihnen das Extrakt schnell bringen. Vorausgesetzt, wir reparieren den Fahrstuhl. Vorausgesetzt. Ja, das werden wir sehen. Wir langen wir hinunter. Also, zunächst einmal, Kollege. Gucken wir uns um, ob wir hier nicht noch irgendwas übersehen. Ich glaube aber fast nicht. Okay. Äh, weiterhin. Können wir mal gucken, ob wir da rüberjumpen können? Gut, Freeman. Wenn er den unteren Raum erreicht, muss er einen Weg finden, mich zu rufen. Gut. Ähm, das sieht mir nicht sehr sicher aus. Was passiert denn, wenn ich das hier wegmache? Nicht vergessen, der Wächter darf nicht sterben, sonst ist das Extrakt dahin. Da hinne. Wart. Ja, und jetzt? Ja, ja, und jetzt? Aha. Ach, du Scheiße. Ach, du je. Da hinne. Das war unser Vorgänger. Gut. Gut, 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 gut. Nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, nee, nee. Alles gut. Alles wird gut. Oha. Jetzt ein bisschen runter. Ja, ist ja gut. Ach so. Ich glaube, wir müssen auch. Ist glitschig hier. Sorry. Sorry. Ja, genau. Das war der nämlich. Guckt mal kurz weg. Oha. Ah, wir können doch bestimmt hier irgendwo durch. Ah, Wasser, wie ich es liebe. Äh. Nee. Irgendwo auch mal ran. Guck mal, da. Da liegt was. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Oh. Oh, Kollege. Ist das eine Möglichkeit? Nee. So ist es nicht gedacht. Glaube ich. Ich kann mal irgendwas anschießen. Gott da. Was? Ach da. Ach Mensch. Da ist doch ein Durchgang. Ach man. Sorry. Ist mal laden. Laden, 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 laden. So. Haha. Hier steckt schon jemand drin. Oh je. Ah, geh mal weg. Ist hier noch irgendwas zu holen? Kaum der Rede wert, oder? Oh, ihr habt sie ja gemütlich. Oh. Ganz cool. Ah, hier ist was. Ja, 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 ja. Aha, aha. Ist das hier richtig? Höchste Autorität. Dann schöne Grüße an die, an die Autorität und vielen lieben Dank fürs dabei sein, Adjani. Schönen Abend noch auf jeden Fall. Ich will aber mal eben gucken, ob man da nicht auch weiterkam. Warte mal. Ach nee, gar nicht. Ach nee, gar nicht. Ach so. Bis baldig. Entschuldigung. Dass die gleich die Mama rufen hier. Oh. Oh. Oh, nicht so nah. Weg. Puh. Weidmannsdank. So. Mann, 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 ey. Mann, 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 ey. Mann, Mann, ey. Mann, nee, Mann, nee, Mann, ey. So. So. Genau, hier ist der Rundgang, ne? Wo ist das? Ist... Da, ja? Nee. Hier ist gemütlich. Hier können wir bleiben. Ah. Iiii. Pfui. Äh, ich glaube, ich bin irgendwie im Kreis gegangen. Hier. Hier? Hier? Ja. Schlüpfen die da raus? Ich bin skeptisch. Bin schon wieder im Kreis gegangen. Mh, mh, mh. So, hier kamen wir... Genau, hier kamen wir her. Hier habe ich gesagt, wir gehen im Kreis. Und dann müssen wir hier wohl weiter. Ja. Ja. Wow. Mh. Oh, ja. Oh, ja. Ja, und jetzt? Wow. Ui, 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 ui. Ich wollte vorbeirennen. Ging nicht. Ui, 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 ui. Ich brezel mal rein, oder? Aua. Nee, doch nicht. Ui, ui, ui. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gedacht war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so ein abschnittsweises Ding. Kann halt auch sein, dass wir den erstmal gar nicht erledigen können, ne? Könnte ich mir so vorstellen. Ja, ja, ja. Ei, 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 ei. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ui, 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 ui. Oh, noch Platz. Muss man mal speichern. Okay. Ja, ja, ich. Äh, 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 äh. Gut. Oha. Oha. Was ist das für ein Nex? Ui, 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 ui. Ein Nex ist angekommen. Oh boy. Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Hier ist nur Sackgasse. Scheiße. Ja, wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Ist er weg? Der Trampel. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig renne. Aber ich vermute mal, der uns immer noch verfolgt. Ist das schon irgendwie richtig? Oh ja. Oh no. Wow. Bleibt er jetzt da? Hei, 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 hei. Gut. Ne, ich meine, das ist ja gar kein Problem. Ja. Also, uns geht es auf jeden Fall besser als ihm da. Er schläft bestimmt nur. Äh, ja, das sieht doch ganz gut aus. Ist das vielleicht hier der Boden von dem Schacht? Ich spüre Dr. Dr. Freeman, tief unten. Aktiviere ja den Fahrstuhl, damit es weitergeht. Ja, 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 gleich. Das können wir gleich tun. Aber ich muss doch erst mal gucken. Hier geht es noch wahrscheinlich weiter, nehme ich fast mal an. Gut. Aha. Siehste? Siehste? Können wir davon auch was aufnehmen? Äh, sind wir hier voll? Ne, sind wir nicht. Sind wir nicht. Sind wir nicht. So, ja. Kann ich die eigentlich? Ja, kann ich. Brauche ich aber gerade nicht. Schade. Na. Na. So. Speichern. Ah. Aha. Hier nicht, ne? Ne. Da. Der Override. Muss ich gedrückt halten, eventuell. Achso. Ah. Ah. Da fehlt was. Ja. Falsche Waffe. Falsches Werkzeug. Das war ja sowas von klar. Lück mich doch. Na, leck mich doch, ey. Na, komm, ich warte einfach. So. Hängt da auch noch einer? Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, es hackt. Ja. Wehe. Genau so. Fäden. Flup. So. Ah. Jetzt leuchtet es da. Aha. Nee, nee. Alles gut. Ja. Lass dir Zeit. Dr. Freeman hat diese Aufgabe hervor. Ach, du soll. Hi. Das freut mich. Ja, ich weiß. Ich könnte mal duschen. Ich will die Quelle suchen. Er hat das Schwerste verbracht. Dem Zutritt zu diesem Raum. Das Leben von Alex Werns liegt in fähigen Händen. Ey, der schubst mich einfach weg. Moment, ich muss mal kurz Wasser nachfüllen. Volk Freeman. War das nicht auch mal ein Kapiteltitel? Das ist richtig. Das ist die Belohnung dann. Nach getaner Arbeit. Nach erlegten Gegnern. Und nach gesammelten Loot. Das ist quasi Tradition, genau. So kann man es nennen. Althergebrachte Tradition. Ah, so viele Larven. Das Aroma scheint keine Zukunft. Dumm, die Dumm, 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 kann ich auch. Dumm, 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 Dumm. Dies sollte nicht lange dauern. Pass auf, gleich macht er das. Ah. Ein Sekret bester Qualität. Gehe wir nun zu Alistair zurück. Cool. Gut. Ne, du. Ich glaube es. Gut. Ey, hätte er mich da jetzt runtergeschubst, ne? Da hätte ich aber gesagt. Du, du, du. Ja, 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 genau. Schlimm. So, und jetzt? Einfach hier, ah ja. Automatisch aufziehen. Gute Arbeit. Er hat Fähigkeiten, die wir nur von Vortigorns kannten. Unsere Vorfahren hielten Ameisenlöwen einst als Nutztiere. Vieles kann man von ihnen gewinnen, aber das Extrakt ist das bei weitem wertvollste. Es zerreißt die falschen Schleier, die die Worte Sens teilen. All dies soll er sehen, wenn. Wenn der Ladescreen vorbei ist. Wir sind noch am Fahren. Ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Verlieren wir sie, verlieren wir alles. Seht. Das Extrakt. Wundersames Sekret. Schnell. Nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Ja. Ein Mensch ist nötig. Gut. Zu uns, Freeman. Ei, 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 ei. Hier mit dem Grafitron, oder? Ah. Wir verknüpfen Dr. Framans Leben mit den Ehren. Ja, es wird schneller. Fast portal ist das Band zwischen euch. Ich... Iiiiih... Iiiiih... Iiiih... Iiiiih... Warten, bis ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Wands ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für sie nur ein Brecheisen, das ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren, solange ihr Einfluss noch zu groß war. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für ihre eigene Rettung. Bringen Sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Ich wünschte, ich könnte selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun, hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Sie rührt sich. Ihre Vortalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Oh Gott. Still liegen. Oh mein Gott. Ich dachte, ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Kombi-Jäger hatte sie schwer verletzt. Ein Jäger. Das war es also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch es war Dr. Freeman, der ihre Wortessenz zurückholte. Das ist Godin. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Stunden? Wir müssen doch weiter. Noch einen Moment. Aber wir müssen nach White Forest. Es ist wichtig. Keine Sorge. Wir werden euch den Weg weisen. So. Jetzt soll sie versuchen aufzustellen. Wow. Ich weiß nicht, was ihr getan habt. Aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nun. Ich werde den Weg nach White Forest zeigen. Komm schon, Gordon. Neben mich. Eieiei. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir werden weiter Abwieso aufspüren. Lebt wohl. Viel Erfolg. Gute Reise. Danke. Viel Glück da draußen. Okay, Freeman. Pass dich an. Niemals. Ja eben. Keine Ahnung. Hört sich nach Wort sagen. Cool. Never say never. Ich denke, ich kann jetzt allein laufen. Ich versuch's mal. Da bin ich mal gespannt. Äh. Äh. Ja. Noch etwas steif, aber... Äh. Ich denke, es geht. Gut. Naja, es geht doch schon wieder hervorragend. Hä. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Ja, ja, wahrscheinlich. Besser als vorher. Ja. Oh, wo? Was? Wow. Das war ein Wächter. Ah. Den muss jemand ziemlich ans Bein gepinkelt haben. Der Wächter ist erzürnt über unserem Raub des Extrakts. Wenn er sich uns in den Weg stellt, müssen wir ihn töten. Ihr habt die Eier ramponiert? Wie warst du da sauer? Äh, Mann, ey. Ja. Wir hatten doch keine Wahl. Ich hab im Übrigen überhaupt nichts gemacht. Der hat da reingefummelt. Ich bin unschuldig. Waa. Gut. Gut, 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 gut. Laden. Pontifex Freeman. Womit haben wir das verdient? Oh, ist das Tageslicht? F6, ja. Viel F6. Oh. Ist irgendwie schön, aber auch irgendwie beunruhigend. Alle autonomen Einheiten. Vorgeschriebene Sektoranlagen. Oh nein. Die Kombinen sind unterwegs. Ja, und sie tragen Schaula-Toi. Schaula-Toi. Noch in Inkubationskapseln. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Kombinen-Truppen. Das haben wir also in der Zitadelle gesehen. Die haben sich ja ziemlich einig. Sie ziehen zielstrebig nach Norden. Norden? White Forest. Wir müssen vor ihnen da sein. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Worauf warten wir dann? Okay. Ja, worauf warten wir? Warten wir auf euch oder wie? Oder was? Hier, G. Mehr G. Echt? Hier runter? Seid ihr euch da sicher? Ach so, vielleicht hier. Das ist auch vielleicht gesünder. Ah, okay. Ah, okay. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Gut, 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 gut. Gibt es aber bestimmt noch mehr Kisten, oder? So ein weitläufiges Gebiet. Riesenweitläufig. Ah, hier sind die Schadamper. Ding, 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 ding. Wahrscheinlich sollte man hier nicht drauf, oder? Ah, so viel dazu. Wow. So viel dazu. Ungünstig. Ah, unnötig. Das war gar nicht so gut. Ah, geht's? Ah. Das ist halt so eine Sache. Das ist halt die Sache, die mir Sorgen macht. So verbundene. Wow, 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 wow. Ich seh' hier aber nicht. Weiter. Probieren's mal. Genau, ihr kämpft, ihr looten. So sieht's aus. So sieht's aus. Da ist ein Aufzug. Ja. Oder? Ja, toll. BB. Ich wollte das fast noch erwischen, aber nee. Oh. Oh, ho, ho. Ui, 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 ui. Das sind ja direkt mehrere. Oh, das ist ja nicht so gut. Oha. Oh, jo, 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 jo. Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir denn? Oh, ist hier was? Nee, nee. Vielleicht tot ey. Okay, das müssen wir nochmal anders angehen. Das müssen wir nochmal anders angehen. Scheiße. Ja, toll. Als erstes mal getroffen werden. Super. Was? Ich bin... Was? Nein, das habe ich jetzt nicht gemerkt. Was? Das glaube ich dir nicht. Niemals. 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 Iiiiiiiiiii. Ach, der andere ist auch schon... Hat's ihn einen erlegt? Hat's ihn zerlegt? Echt? Okay. Oh, Alex, pass auf. Pass auf. Zwischenspeicherung Nimm die Kiste Wo waren denn hier noch mehr Von den Fässern Da sind, oh, da sind noch Kisten Guck mal Nee, nicht der Kleine Nicht der Kleine Auf die Glocke Ich hab natürlich auch noch so Ich hätte da auch noch so Wo ist er denn da Ah, es dauert zu lang Es dauert zu lang Es dauert viel zu lang Ja, Mann Oh, ja, Mann Ich sollte mir ja speichern Hier auf die Tasten am Daumen legen Das wär gut Das wär gut Das Kleinfieh Kleinfieh Nicht mehr helfen konnte Ich schwächle noch ein wenig Nee, alles gut Also das für eine Bewegung Sehr gut Er hat diese Wachen geradezu niedergemäht Vorwärts Das gesuchte Fahrzeug Befindet sich oben im Lager Meinst du? Das ist dann zu schnelles Speichern Gelangen wir direkt zum Fahrzeug Das ist dann zu einfach zu laden Ah, gut Turbospeichern Was? Blockiert? Was? Setz dich erst mal hin Oh, Mann Tut mir voll leid Ja, toll Ja So Kommen wir hier weiter? Weiß ich nicht Ob wir hier wirklich weiter sollen Oder ob wir irgendwas dagegen Dengeln Sollen Bestimmt irgendwo eine Leiter Die ich übersehe, oder? Ah, ah Warte mal Hier Ah, ah Ja Oh, 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 oh Voll weggeschossen Cool Cool, cool, cool Ah 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 Cool Aua Danke, Gordon Bitte Gerne Sonderbar Die Wachen sollten uns längst bemerkt haben Ob die Combine sie gefunden haben? Diese Theorie ist durchaus plausibel Bring uns was mit Ich dachte, hier hängt was runter Wir folgen 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 Alle mal mir folgen Ja Perfekt Alle da Alle da Sehr gut Ich will nicht schon wieder irgendwo rein Hier Tageslicht ist eigentlich ganz gut Gefällt Oh Gefällt mir eigentlich ganz gut Na, guck einer an, was wir da haben Mhm Oh Wir werden zu reich beschenkt Oh ja Hier ist einiges los gewesen Aber es hat Ihnen nichts Gutes gebracht Was heißt aber? Kampfgraben haben sich auf beide Gruppen gestürzt Achso, den hat es nichts Aber den, den, den Combine hat es nichts Gutes gebracht Aha Ja Sieh mal Da auf der Brücke Ich sehe das Auto, von dem du gesprochen hast Mal gucken Wir empfehlen Dr. Freeman für diese Aufgabe Wirklich Danke Okay Mir geht schon viel besser Ja, dann mach halt Das würde ich nicht anhalten Wenn man sich in die Toxine da unten stürzte Wir sollten Deckung von oben geben Während Dr. Freeman die Gefahren in der Schlucht umgeht Dieses montierte Gewehr wäre zum Beispiel nützlich Mhm 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 Der Waffe scheint Energie zu fehlen Du hast doch Energie in deinen Fingern Los, Freeman Ich kümmere mich um Alex Vance Tja, Gordon Jetzt liegt es an dir Gut Hier, ich schalte das Feld aus Mhm, mhm, mhm Hier mit dem, genau Mit dem magischen Dingsi Viel Glück, Gordon Warte mal, warte mal Kratzen Vorsichtig Ah Ja, hier, siehst du Sag ich doch Guuuut Ähm Ja Hier müssen wir wahrscheinlich durch, oder? Na Sag mal Eigentlich nur gucken, ob ich die Tür aufkriege, aber ne Luh 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 haben. Aber andererseits andererseits fühle ich es irgendwie nicht. Was ist das für ein Geräusch? Oh, Sarah. Ja, so süß. Oh, nee. Oh, ich hasse sie. Oh, ich hasse sie. Oh, ich hasse sie. So. Da ist doch noch was. Oder? Nicht? Okay. Hi, tui. Ist ja gut. Meine Fresse. So ein Stress. Hier, mehr Kuh. Mehr Kuh. Ich find die auch so eklig. Irgendwie weiß ich nicht. Komisch. Dabei haben die vier Beine, ne? Aber irgendwie macht's das nicht besser. Ah. Oder? Da haben die mehr. So, da sind zwei übereinander. Und dieses Geräusch. Dieses Rasseln. Aha. Es verbindet ganz komische Dinge. Da. Mach dich weg, ey. So. Haben wir es jetzt. Alrighty. Alrighty. Die Zwischenspeicherung ist auch nicht schlecht, ne? Das Gewehr ist wieder geladen. Ah. Das ist ein Scharfschützen-Dingsi. Sehr gut. Stimmt. Da war so ein Scope dran. Ja, 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 ja. Ausge- Ausgezeichnet. Oh. Ey, das ist mir. Was? Meins. Gib mir das sofort. Los, spuck aus. Ja, ja. Will aber nicht unbedingt rüber gehen. Ja, ha, ha, ha. Aus der Hand gepflückt. Aus der Hand ist gut. Hä? Von der Zunge gepflückt. Aha. Oh. Warte mal. So. Ah. Ich muss es aber anschießen, oder? Ah. Ah. Da ist es wieder. He, 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 he. Da ist es wieder. Ja, komm, pflückt das mal jemand. Ah. Ne. Ja, ist es denn? Ach, jetzt will das keinen. Ja, das von mir aus halt nicht. Hier, so. Ach, komm. Ach, ist es denn? Das ist doch scheiße. Na, dann halt nicht. Na, dann halt nicht. Ja, die sind ja überall. Äh, 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 äh. Ravenhorn. Oh. Hallo. Ah. Soviel dazu. Ne, irgendwie. Ne. Was nehmen wir denn da? Echt? Schon verbraucht? Ach. Wir haben doch noch was aufgenommen davon, oder nicht? Dachte ich. Hmm. Hmm. Ja, wo lang? Wo lang müssen wir? Die, 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 die. Oh. Aha. Oh Gott. Ne, ich seh nix. Toll. Aha. Da, da sind die? Moment, dann will ich hier mal gucken. Was ist denn hier Phase? Ah, hier gibt's noch was. Ja. Oh, der schiebt das sogar zu uns hin. Das ist ja sehr nett. Seht nicht. Was? 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 Ach so. Ja, ja. So. Gut. Speichern. Weiter. Meinst du, ich bin mir da ja unsicher. Aha. Ach, hervorragend. Jetzt, pff. Oh. Hier? Da. Auf das Fass. Aufs Fass. Ja, sehr gut. Gut. Ja, Mann. Oh, den da, den da. Ah. Den da, den da. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Oh, hier kann man bestimmt... wo führt das denn hin? Hier, oder was? Ich mach's mal nicht. Ich glaub, ich mach's mal nicht. Hm, hier ist ja nix. Hä? Hä? Hä, was geschieht? Ah, jetzt ist die Tür offen, oder was? Aha. Ach so, ja, Tatsache. Sind die wohl auch gemacht, oder so? Na, dann ist ja... Deswegen ist das Ding hier, ne? Komm immer mehr. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nicht, dass es jetzt sonderlich gelohnt hätte, aber naja. Oh! Ui, ui, ui. Echt? Ich dachte, ich wär weit genug weg, aber nee, nicht so ganz. Ich wollte eigentlich die Tür aufmachen. Aha. Äh. Blub. Hallo! Kollege! Autsch. Autschi. Na, wo seid ihr? Ah, hier. Kennen wir doch. Kennen wir irgendwo her. Aha. Oh, gefährlich. Hä? 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 Noch eine Zweifelspeicherung. Ja, sind sie wieder. Sehr gut. Hier, können wir dem ein bisschen helfen, oder? Ja. Bisschen Dachabdecker spielen. So, guck, wie schön. Ach, herrlich. So, kommen wir erstmal hier. So, ganz gemütlich. Oh, da ist jemand. Oh, da sind wir auch wieder gegenseitig. Was, was, was? Ach, rauslocken, meint die wahrscheinlich, ne? Ja. Gut. Komme ich da ran? Vielleicht mit dem Graviton? Nur knapp. Ach so, ach, das kann man, das kann man rausnehmen. Ach so. So, ja. Huch. Ja, jetzt aber auch ballern, sonst wird das nix. Auah, 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 auah. Na komm, mach mal. Was? So mal. So. Da kann ich noch ein bisschen. Wow, danke. Haben wir es jetzt langsam. Hm. Hm, ne, hier war nur Zombie-Garage. Gut, ach, super. Haben wir noch ein bisschen was gesammelt. Speichern. Weiter. Sag mal, die... Es fällt mir jetzt erst auf, die Taschenlampe war die früher nicht an der Anzug-Energie dran. Ist die jetzt separat? Auf jeden Fall schon ein paar Mal die ausgemacht, weil ich dachte, ach, hebe ich mir vielleicht Anzug-Energie auf. Aber wozu eigentlich? Ja, fürs Rennen höchstens. Oder wenn wir mal Sauerstoff brauchen. Aber es ist separat, ne? Naja. Gut, hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Hm, der war ein bisschen eklig. Ja, bitte. Wer jammert da rum? Wer jammert da rum? Ah, hier. Ach, guck. So. Ähm, 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 ähm. Da gibt es noch was. Brauchen wir das? Ja. Können wir nehmen. So, warum leuchtet es da rot? Das ist doch bestimmt ein Zeichen. Können wir hier hoch? Aha. Ah, das könnte wirklich was sein. Was ist, wenn man die jetzt kaputt gemacht hätte? Aha, dann gibt es noch die Fässer. Oh! Alter, erschreckt mich doch nicht so. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Ah. Moment. Dankeschön, Kadaver. Gute Nacht wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis demnächst. Dann träum nicht von denen hier. Träum nicht von denen hier. Disclaimer. Ich bin unschuldig. Ah, geil. Haha. Ups. Hä? War das jetzt richtig? Äh, äh, äh. Oh? Äh, ja. Aha. Und jetzt noch etwas mitnehmen, Mom. Ups. Di, 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 di. So. Reicht das? Äh. Moment. Upsi. Und... Upsi. Jawoll. Und da holen wir uns noch was Schönes. Neuuuun. Neuuuun. Verflucht. Ich bin runtergeplumpst. Wer hätte denn das gedacht? Hehehe. Ssss. Oh Mann, ey. Ach, da holen wir uns noch kurz was Schönes. Ja, ja. Was kann schon schief gehen? Weiß man gar nicht. Das ist so. Ach Mann, ey. Es ist doch schlimm. Nichts passiert. Hat keiner gemerkt. Hätte ich nichts gesagt, hätte es keiner gemerkt. Ach, das ist hier so der Klassiker, ne? Das ist sowas von der Klassiker. Ah. Hm. Hm. Ah. Vögelchen. Du bist lieb, ne? Da ist... Oh, äh. Moment. Da ist die Brücke. Kurzer Ausflug an Sonnenlicht und dann wieder abwärts. Flupp. Flupp. Oh, ne, ne, ne. Geht's weiter. Sehr gut. Ah ja, hier. Schön in der Natur. Ah, es ist herrlich. Und jetzt? Hübsi. Ah, sehr gesund hier. Läuft dich gar nicht mal im Mund verschwenden. Da. Da. Guck doch mal hin. Ja, so. Genau. Danke. Danke. Hübsi. Hübsi. Und jetzt? Ja, ja. Ja, hier ist nicht so viel mit Deckung. Leider haben die hier Deckung, ne? Ist das Problem. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, gefährlich. Oh, gefährlich. Oh, ganz gefährlich. Oh, ganz gefährlich. Sind wir weit genug weg? Ah. Ah. So. Gut. Echt, war's das? Krass. Na, dann ist ja gut. Oh, warum haben wir hier so eine Kiste? Ich frag für einen Freund. Warum ist das so? Ist schön. Ich sag nicht nein. Aber naja. Ist halt verdächtig. Das wird doch nicht nur wegen denen sein. Ach, das sind... Sind das... Sind das die Nades? Ach so. Oh. Auch cool. Aber noch spezieller irgendwie. Brauche ich die überhaupt? Nö. Na gut. Egal. Weiter. Hm. Hm. Weiter. Ich könnte die hier gleich wirklich gebrauchen. Die Nades. Ich tue mir damit nur selber weh. Das ist... Ja. Oh, ich werde mir sowas von weh tun. Einfach, weil wir es können. Ah, suboptimal. Ach, suboptimal. Wobei ich nicht genau weiß, ob ich da überhaupt noch mal rankommen werde. war jetzt eigentlich vielleicht gar nicht so schlau. So. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Ja. Ja. Oh, 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 au, 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 au. Na sag mal, was ist denn hier los? Er schlittert rum. Ich bin unschuldig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, kann ich mir... Echt? Kann ich mir die von hier aus ranholen? Wow. Aber erst mal rankommen. Die gleich runter plumpsen. Aha. Wagen, wagen, wagen. Ui. Hallo. Aua, 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 aua. Au. Scheiße. Ah, fuck. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ja, fast am Wagen. Hm. Aha, aha. Ähm. Wir nutzen viel zu selten die, ganz ehrlich. Eigentlich. Der Klassiker. Irgendwas zu holen. Glaubt nicht. Gut, gut, gut. Ja, gleich, glaube ich. Ah. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Oh, oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, und jetzt. Kann ich da wirklich, kann ich, ich kann hier einsteigen, tatsächlich. Cool. Ey, gluckert so schön. Das mag ich an sich ja ganz gern, aber, also darüber ist jetzt eher schlecht zu kommen, oder? Haha, da blinkt da. Oh, ich hänge ein bisschen fest, Moment. Also, erstmal eine Speicherung. Bevor ich Blödsinn mache, erstmal speichern. Ja, ich brauche Anweisungen. Ich sehe das aber schon richtig, dass wir eigentlich mit dem Wagen da hätten rüber gesollt, oder? Was passiert, wenn ich jetzt hier zu Fuß rüber gehe? Oh. 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 Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Aha. Moment, ich muss da nochmal hoch. Ich will mir die neue Situation angucken. Ungünstig. No, 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 no. Jetzt nochmal. Wahrscheinlich ist das überhaupt nicht so gedacht, oder? Wahrscheinlich ist das überhaupt nicht so gewollt. Eh. Gucken wir, was die gleich sagen, wenn ich da ohne Auto ankomme. Ja, irgendwie ist er inzwischen nicht mehr so fit. Na gut, das hat ihm auch gerade ein bisschen Aua gemacht. Vielleicht deswegen. Das ist im Leben nicht so gedacht. Hm, hm, nee, so ist es nicht gedacht. Kann ich da irgendwie mit dem Auto, kann ich einfach, kann man doch nicht. Ach so, oder gibt es da noch eine zweite Ebene? Nee, auch nicht. Hm, das soll ich die Ressourcen zu schonen, die für uns ein Sieg unabdingbar gewesen wären. Ja. Also, ich habe irgendwie das Gefühl... Physik, ja. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwas damit zu tun hat, das hier abzubrechen. Das werden die nicht umsonst gemacht haben, denke ich. Genau, ich hüpfe mal hier rüber. Dann passiert das. So. Nein. Was? Was? Nein? Nein? Nein. Physik sagt nein. Nein. Erläutere, Johann. Erläutere uns das. Jetzt haben wir da auch irgendwie so eine komische Brücke geschaffen, aber das wird wahrscheinlich nicht zu sagen haben, oder? Muss ich eventuell... Muss ich eventuell... Wippe. Muss ich hier mit dem Dingsi arbeiten? Kann das sein? Hm, ich kann die schieben, ne? Also nicht ein Deko, ja. Okay, ist ein guter Tipp. Ich glaube, ist ein guter Tipp. Glaube ich. Weiß ich nicht. Mal gucken. Das wohl funktioniert. Ah, natürlich. Natürlich. Na klar. Selbstverständlich. Gut, danke für die Tipps. Danke für die subtilen Tipps. Das war mit Physik gemeint. So funktioniert das nämlich. Hier habt ihr es zuerst gehört. Bildungsauftrag erfüllt. Eventuell muss ich jetzt hier noch ein bisschen freiräumen. Die Deko wegräumen. Hui, boah, ey. Haha. So, jetzt. Uah, 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 uah. Nein. Oh Gott, hab ich, hab ich gespeichert? Haha. Moment. Ja. Ja, gut. Hinreichend. Ei, ei, ei. Vielleicht müssen wir einen Moment warten, bis wir dann weitermachen. Müssen wir weiterfahren. Weichern, weiter. Hier, irgendwas passiert. Achtung. Oder? Oder auch nicht. Trabi, ja. In der Tat. Sieht wirklich danach aus. Ich probiere es nochmal. Ah, nee. Halt, halt. Ich mache mal den Turbo. Nicht die Handbremse. Das war nicht richtig. Ah, jetzt. Ui, ui, ui. Handbremse. So, und jetzt? Gehe ich mal zu denen, oder? Huch. Kollegen, wo seid ihr? Hallo. Hallo. Soll ich da rüberkommen? Okay. Hallo. Ich fühle mich verarscht. Ach, da ist ein Scha... Ach so, ja. Die fühlen sich wahrscheinlich verarscht. Ne? Und gleich beim ersten Mal. Und jetzt? Was denn? Hey. Ne? Schick. Ich bin dir so dankbar. Uns vereint ein Band der Natur. Wir brauchen keinen Dank. Awww. Der haut er peinlich berührt ab. So, nun. Aha. Tschüss. Und ab dafür. Ab ins Licht. Wow. Na, ist gut? Ja. Haha. Schön. Aha. Gut. Cool. Ah. Herrlich. Hätte ich mir denken können, dass das hier keine entspannte Sonntagsfahrt wird. Wir müssen wohl einen kleinen Umweg machen. Ah. Ja. Nur zu. Da lang. Da geht's nicht weiter, ne? Hast du noch irgendwas einzusammeln oder so? Ich glaube eher nicht. Na gut. Oh, durchs Wasser. Cool. Oh. Ui. 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 Ja, ja. Bisschen durchgeschüttelt. Da weiter. Machen wir das so? Kommen wir da direkt hin? Ja. Oh ja. Und ein Meter runter. Ai, ai, ai. Das schwarze Loch. Ganz blau leuchtet. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier voll viel übersehen. Aber vielleicht will das Spiel uns ja einfach mal fahren lassen. Bist du dir sicher, dass das hier so leer ist, wie es aussieht? Hi. Wie schön. Na. Au. Ungünstig. Hier gibt es aber bestimmt Loot. Ja, Loot. Ja. Ja, Loot. Na gut. So, ja. Hm. Hier ist das Sendegerät. Na. Aber kein Saft drauf. Na. Mal sehen, ob wir den Strom wieder hochfahren können. Gucken wir doch mal hier irgendwo nebenan. Was haben wir hier? Hm. Hier sieht es nicht sehr nach Generator aus oder so. Ja, Baracken. Das hier wird vermutlich später aufgehen. Hier kommen wir nicht hinein. Mh. Ja, 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 ja. Können wir uns hier vielleicht auch bearbeiten? Oh nein. Das Portal wird immer größer. Hoffentlich schaffen wir es noch, es zu schließen. Eieieieiei. Aber da leuchtet es doch rum. Irgendwo muss hier doch Strom herkommen. Ja, das hier sieht gut aus. Mhm. Aha. Vielleicht was Dach. Hm. Hm. Welches Dach? Genau. Huch. Ich muss mich erschrocken, Alex. Hier, Kontrolle. Nee. Kein Kontrollschalterchen, Knöpfchen, irgendwas. Hm. Wie kommen wir da nebenan rein? Ach hier. Ach Mensch. Zieh dich mal drinnen um. Ich passe nicht so lange auf. Ja. Im Zweifelsfall damit rechnen, dass es kein Dach mehr gibt. Sieht ein bisschen nach Labor aus oder so. Aha. Ja. Äh, ja. Gut. Hm, 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 hm. So, was haben wir hier? Hier können wir verbinden. Also. Zum Beispiel so. Hm, hm. So. Okay, okay. Ich hab wieder Strom. Ah, sehr gut. Ah. Mir ist noch was versteckt. Ach, guck. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Was? Reicht nicht. Was? Dann nehmen wir das besser hier. Hey, er ist wieder weg. Was machst du? Hä, 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 hä. Das hab ich fast, fast erwartet. Ah. Ihhihihi. So. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Versteck dich. Jäger. Sie sind da draußen. Pssst. Er ist auf dem Dach. Die Tür. Los geht's. No, 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 no. Oh, oh. Ui, ui, ui. Ui, ui. Oh. Oh, boi. Ich hab zu lange nicht mehr gespeichert. Eieieiei. Ich hab's drauf. Au. Meine Rede. Au, 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 boi, ey. Nee. Boah. Nee, fliegt deswegen ist ja auch so viel hell. Au. Au. Au, 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 au. Das ist das Fass. Das Fass wär schön. Jetzt komm ich da dran. Da ist noch einer. Wir schaffen das. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Weg. Oh, Junge. Oh, scheiße. Oh, fast tot. Oh. Uh, das hat wehgetan. Aber wir haben hier noch ein bisschen was. Da. Aua, 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 aua. Naja, nehm mal so mit. All righty. So, Strom sagst du. Strom ist da. Oh, nee. Nicht das Auto. Ah, yeah. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Oh. Nade hätte ich noch. Ja, genau. Wow. Scheiße. Wir sollten unsere Warnung senden und dann weiterfahren. Das waren wahrscheinlich nur Aufklärer. Ja, okay. Aber haben wir jetzt noch ein bisschen, haben wir irgendwo noch ein bisschen Health? Das wäre ganz gut. Aus irgendeinem Grund will ich wissen, ob ich das rausruppen kann. Ja, kann ich. Gut, haben wir das auch geklärt. So. Scheiße, haben wir hier noch Health gehabt, eventuell? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was hier irgendwo? Nicht. Okay. Das Signal ist echt schwach. Na, probieren wir es. White Forest, bitte kommen. White Forest, bitte melden. White Forest, bitte melden. Dies ist White Forest. Identifizieren Sie sich. Alex, 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 wo sind Sie? Ich habe Sie vor Stunden erwartet. Es gab hier ein paar Probleme. Erkennen Sie nicht den Ernst der Lage? Die Existenz der Erde hängt von Ihrem Dach nach. Ja, ich weiß. Aber die Combine, sie kommen zu uns. Was, was, was? Sie kommen zu uns? Das ist bestimmt offen. Nein, nicht hier. Die Combine. Die Nachtung für die Kraft, Alex. Was? Was? Mist. Wer weiß, ob er das begriffen hat. Wir sollten weiterfahren. Warte, ich öffne das Tor. Ja, genau. Mach das so. Genau, genau, genau. Gut, Tor ist offen. Hier ist noch was. Aber vorsichtig. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen wenigstens. Auch wenn es nur ein bisschen ist, täte ich es nehmen. Nix. Naja, vielleicht gleich werden wir weiterfahren. Bestimmt. Ui. Oh, da ist noch was. Oh. Oh, sehr gut. Fahren wir los, Gordon? Ja. Geht schon wieder ganz gut mit dem Bewegen. Vielleicht ja. Eieieiei. Ja. Hm, hm, hm. Oh, da rührt der Motor. Alter. Klingt ein bisschen wie die Monsterin. Ja, toll. Genau. Toll. Ja, echt großartig. Ich kenne den Gipfel. Man sieht ihn von White Forest. Wir sind auf dem rechten Weg. Okay. Da qualmt da was. Da qualmt doch was. Nya, nya, nya. Hey, das ist eine dieser Inkubationskapseln. Und der Zitadelle. Diese Kreaturen. Und? Können wir hier irgendwas... Können wir hier irgendwas draus lernen? Weiß man nicht so genau. Upsi. Upsi. Weiter, oder? Na gut. Hier gibt's vielleicht was. La, 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 la. Bitte was? Was war das? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, ja. Schon wieder. Ja, ja. Aha. So, so. Irgendwo hier muss ein Advisor stecken. Ha, 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 ha. Ai, 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 ai. Sie aufmachen? Nicht. Da ist noch ein bisschen Anzugenergie. Richtig. Ist das die geilste Idee, hier runter zu gehen? Aha. Da ist wohl unser Advisor. Das da, oder was? Der Wut meinte, wir sollten sie töten, bevor sie schlüpfen. Aha. Ach, Life Support. Was meinst du, Goden? Ziehen wir den Stecker? Probier. Tut mir echt leid. Au. Vielleicht kann ich das öffnen. Das hätten wir. Jetzt bist du dran. Ach so, ach da. Ja. Gut. Oh, oh. Uuuh. Uuuh. Oh, mein Gott. Oh, oh. 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 Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das war doch ein ganz altes Half-Life-Geräusch, dieses Knacksige. Nee! wer oder was hat uns da gerettet gut dass du bist das ding war verletzt hast du gesehen schrecklich was gewesen wäre wenn seine freunde gerufen mit allen prinzipien des unterstückten gefahrenstufen mit ihrer eigenen medizin hier scheiße jetzt hat er was neues aufgenommen ja toll ist der gordon irgendwie träger als früher ich glaube es kaum aber nicht schneller links und rechts vielleicht während ich laufe werden die schrift das ist sie jetzt muss ich aber wieder kann ich ihn nicht aufnehmen ach das ist eine schrot falsch gesehen ich weiß nicht wieder so einer auch wie machen wir es am besten Das war ein bisschen zu offensiv. Scheiße, ich muss da rein. Oh, oben. Granate. Da flog doch was, oder nicht? Scheiße, echt? Sollen wir einfach weiter? Oh, Plopp ist da auf einmal da. Weiter, weiter, weiter. Ja, 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 komm halt. Ich bin hier raus. Ich bin hier richtig. Scheiße. Ich bin mir nicht genau sicher, wo lang oder da durch. Fuck. Eieieieieiei. Genau, wir müssen hier raus. Probieren wir es. Roten, Spaß auf mich. Ich probiere mal da einfach durchzubrettern. Turbo. Ob das so gedacht war? Ach, bestimmt. Oh, Fässer. Oh, Rote Fässer. Oh, Rote Fässer. Oh, mein Gott. Eieieiei. Oh, so ein Abschnitt. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, Vollgas. Oh. Eieieieiei. Eieieieieiei. Da, der Tod. Da, der Tod. Da, der Tod. Da, der Tod. Ui. Uiuiuiuiuiuiui. Ah, geht aber weiter. Naumiguiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Äh, Feuer, 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 Aua, Aua. Nee, nee, ich bin nicht angespannt. Nee, nee. Das sieht nur so aus. Scheiße. Oh nein, die blöden Dinger. Schnell, 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 vorbei, vorbei, vorbei. Oh, Aua, 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 Aua. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, Jesus. Schnell, schnell, schnell. Mach Platz. Runterholen. Oh Gott. Ja, wie denn? Haben wir einen... Hier sind wir nicht sicher. Wir haben einen Raketenwerfer. Ich sehe mich hier derweil nach Medikits um. Zum Meißeln. Gut. Aua. Da liegt eine... Da liegt ein Dingsi. Ja, und jetzt? Bist mir da durch. Kommen wir nicht durch, ne? Können wir das Ding... Warte mal. Können wir das Ding? Ach was? Ja toll. Ah, lass halt fallen. Oh, sie ist kaputt gegangen. Gut. Oh, gut, 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 gut. Ui, 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 ui. Gordon! Ja? Hier gab es ein Medizindepot. Okay, ist ja... Hoch erfreulich. Oh! Wo hat sie das jetzt hingeschmissen? Keine Ahnung. Oh, ja, klar. Genau das. Als wenn mir jetzt kein... Kein Raketenwerfer da gerade hingeschmissen hat. Ai, 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 ai. So, wo lang? Boah. Raketenentdeckung, ey. Ich hatte sie ja genau das. Ah, äh, oder, oder wir müssen ihn halt mit seinen eigenen Waffen, ne? Das könnte halt auch gehen. Wo ist er denn? Boah, das wäre aber ein bisschen... ...irig. Das wird doch kein Zufall sein jetzt hier. Ja. Ja. Wo war. Wo war. Wo war. Wo war. Aua, aua, aua. Ja, Mann! Oh, oh. Nein! Komm, gib mir noch eine. Ja! Boah! Ja, super. Noch mehr? Jetzt wollen sie es wissen. Nochmal alles. Aua, 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 aua. Ich komme hier nicht rein. Warum ist das hier runtergeplumpst? Scheiße. Boah, cool. Ich versuche nochmal aufzuladen hier. Junge, Junge, Junge. Leider nicht so richtig viel Zeit zum überlegen hier. Ja! 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 Ei! Ei, 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 ei. Kann ich da noch was absaugen? Pfff. Pfff. Nicht. Oh! So ein Burger? Der Motor ist im Eimer. Ihr habt nicht zufällig das nötige Reparaturwerkzeug. Werkzeug? Wir haben ein ganzes Lager hier. Los, suchen wir was raus. Ah, super. Das klingt gut. Lalalala. Wir haben die doch bestimmt auch ein bisschen Loot, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ah, ja. Alles green. Super. Unter dem... Radar. Was ist das für ein Geräusch? Aha. Irgendwas höre ich. Ups. Ich meine, wir brauchen mehr Loot. Ich meine, wir brauchen mehr Loot. Die ganzen neuen Zombies aus City 17 haben sie klein gehalten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Truppen vordringen. Wenn du meinst, du schaffst das, lassen wir dich raus. Ja. Er ist immer dabei. Stimmts, Boden? Rad ab. Was? Aha. Aha. So siehst du die Waffe, bevor sie dich sieht. Randale! Ich will immer noch helfen. Ich könnte auch noch mal zurückgehen. Wir kriegen bestimmt was. Aha. Haha. Laserkanone, ja. Ist das dein Freund? Ist das dein Freund? Sag ja. So. Die wollen rein. Wir wollen raus. Das ist ein Interessenskonflikt. Aha. Hallo. Hallo. Oh, die geht ja auf. Ups. Hahaha. Oh, scheiße. Nein. 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das, das geschieht mir recht. Das geschieht mir recht. Das geschieht mir recht. Ja, ist es denn? Oh, Mann. Ach, komm. Aua, 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 aua. Oh, ich bin ja gleich tot. Das ist ja ungünstig. Hier geht's nicht rein. Ah, nee. Ah, und das hier, das gibt uns den Rest. Toll. Echt großartig. Scheiße. Speicher jetzt besser nicht, ehrlich gesagt. Ich hole mal das Zeug. Ja, toll. Ich wollte das Zeug ranholen. Ja, geil. Wo ist das jetzt? Ist hier noch was? Scheiße. Ach, komm. Was soll's? Oh, der, der, der versinkt. Und, wo lang? Hinten, oder was? Ah, was. Ah. Das sieht gut aus. Das sieht doch fast gut aus. Aua, 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 aua. Ach, wisst ihr. Huch. Huch. Kommt der denn her. Kommt ein Grillhuhn geflogen. Mach mal da weiter. Hier. Hier. Hier ist gut. Hier ist gut. Oh, oh, aua, 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 aua. Da ist die Kanone. Da ist also diese Kanone, von der gesprochen wurde. Aha. Toll. Oh, aua, 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 aua. Jo, schön. Echt toll. Oha. Besser jetzt nochmal speichern. Das war eben nicht so gut. Und, was passiert, wenn ich das Auto weg mache? Dann sind wir tot, ne? Könnte ich mir vorstellen. Aha. Wir kriegen Nades. Ist das ein Zeichen? Aha. Und was war das? Sind hier, äh, 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 Sentries? Haha. Jetzt nur mal so geraten. Ich glaub, das ist ein bisschen zu geraten. Scheiße. Ist die Kanone da vollautomatisch? Also nicht die da. Echt jetzt? Kann ich die nicht? Och, komm, ey. Ist die da vollautomatisch? Oder steht da jemand dahinter? Äh, 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 äh. Nee, die ist eher, die sieht automatisch aus. Ich weiß gar nicht, was hier Phase ist. Wo müssen wir denn hier... Sollte wahrscheinlich eher so machen, oder? Komm ich nicht ran. Toll. Mhm. Also, was... Ich sollte direkt ducken. Ja, ducken. Ducken ist besser. Fuck the fuck, ey. Ha, 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 umgenockt. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bestimmt müssen wir eher an ein Schalterchen ran, als irgendwas sonst, oder? Eieieieiei, bestimmt da. Aha, sind die hier? Ja. Aha. Ui! Scheiße. Ah, wer findet mir die Night vor die Füße. Hallo. Hallo. Oh. Wo seid ihr? Da. Ah! Boah, ist das gemein. Ist das gemein. Gemein. Hallo. Oh, Junge, Junge, Junge. So, hier ist aber nix zum... Ausschalten. Wenn ich das richtig sehe. Nee, eher nicht. Aha. Ah, kann ich hier durch? Echt? Was? Gut. Boah, ich weiß nicht. Hm? Eieieiei. Wow. Dagegen ankämpfen. So, Holmuk. Ja, ist das denn? Sie reden halt nicht durch das Feuer. Ja. Ja. Wir kommen immer näher auf jeden Fall. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist? Äh. Geht die einfach gegen alles und jeden? Pst. Verrat mich doch nicht. Aha. Ich hab mich noch ein bisschen geschützt. Ich hab mich noch ein bisschen geschützt. Aha. Bonjour, Potterhead. Na du? Oh, das war gefährlich. Oh. Oh, 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 oh. Die Krabbler fehlen mir noch, ey. Fäden. Ha, 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 idiot. So. Äh, ja. Etwas abwesend. Ja, ist alles gut. Alles gut. Kein... Oh, oh. Ich hör doch was. Wo ist er denn? Ist da ein kleiner Racker? Ja. Ist er, ist er. Warte mal, warte mal. Hier ist noch mehr. Oh. Das ist ein Zeichen. Das soll uns was sagen, glaube ich. Das könnte was sein. Aha. Da kann er durchschießen. Okay. Sollen wir mal laden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich schnell geladen habe jetzt. Vielleicht da hoch. Das wird's sein. Hier. So. Und vielleicht so... Ah, hier rein. Ach, guck. Ach, guck. Da verpieseln die sich, ne? Aber wohin? Gnaden. 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 Oii. Ui. Ui. Gnaden Merkler, in der Welt. Gnaden, wenn wir doch mal ein paar aufhören. Oh, scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Na jetzt? Ah. Kann man das einfach kaputt machen? Oder? Das Ding wird jetzt nicht aus sein, oder? Nein. Ach, hier, guck. Da auch. Was für eine Tour. Eine Krumme. Da stand ich ein bisschen nah dran. Da stand ich ein bisschen... Soll ich das nochmal machen? Ich mach das nochmal. Oder? Gut. Haben wir uns jetzt hier direkt auch einen Durchgang gesch... Oh, einen Durchgang geschafft. Tatsächlich. Oh, sehr gut. Gibt es hier noch was einzusammeln? Nö. Nö. Ja, ein bisschen. 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 Speichern. Ach, nee. Jetzt haben wir die Kanone ausgemacht. Jetzt ist hier direkt Scheiße. Scheiße. Jetzt ist da scheiße los hier. Ah, guck. Ach, guck, wer da ist. Sehr gut. Gefällt mir. Ach, komm on, ey. Der macht uns jetzt noch alle, weißt du? Goden. Ja, echt. Meinst du? Aber ich brauch doch Health. Ich will doch Loot haben. Ich will mehr Loot. Gut. Schießt nicht auf mich. Danke. Gut, gut. Dann probieren wir es. Hm. Hm. Ich zeig's dir unterwegs, Goden. Nochmals vielen Dank, Jungs. Keine Ursache. Na dann. Ja. Oh, können wir hier durchfahren? Echt? Mund zu, Nase zu. Ab dafür. Das Radar hat was entdeckt. Ach was. Hier. Hm. Hm. Das Radar sagt, dass hier ein Lager ist. Und mehr Details? Hier nicht. Ist auch nicht. Haben die sich hier etwa keine Mühe gegeben? Wo ist denn hier Lager? Lager, Lager? Lager, Lager, Lager. Guck nochmal genauer aufs Radar. Ach, die Kisten hier, oder was? Kisten? Das sind doch normalerweise keine... Keine... Lager... Vorratskisten. Hierfür dann. Das Radar sagt, wir müssen uns hier umgucken. Also müssen wir uns umgucken. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Es muss der LKW sein. Der LKW... Ach, der da. Ach, Mensch. Okay. Danke für den Tipp. Muss ich das da wegsprengen, oder was? Alex, geh mal... Geh mal in... Geh mal da weg. Geh mal in Deckung. Ja, klar. Das war Pyrotechnik. Der ist erst eine Sekunde später weggeflogen. Ja, sagen wir mal. Zehnte Sekunde. So. Ich hab' hier reinkrabbeln. Huch. Hat sich das jetzt gelohnt, ey. Fass. 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 Los. Ah. Da war noch was. Da haben wir Energie. Hab' ich Energie gesammelt. Muss reichen. So. Hey, da ist was auf dem Radar. Da. Nerviges Radar. Ich mach' das gleich aus. So Navi-hörig. Hier. Bestimmt im LKW. Wir müssen ihn wegsprengen. Oder hier im Haus. Hm. Okay. Ah, ja. Cool. Kommen wir von da oben rein? Muss wir irgendwie aktivieren? Hebe-Bühne. Der sagen da. Nee, oder? Nee. Error. Hm. Interessant. Interessant. Kommt man noch an? Da müssen wir uns irgendwas basteln. Müssen wir eventuell. Aber das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Doch, wir müssen garantiert. Das war zu spät. Achso, ich kann sie einfach hier hinrollen. Ah, so. Hahaha. Ah, cool. Das ist eine nette Idee. Das ist eine ganz nette Idee. Gut soweit. Danke. Und selbst. Ganz gut. Ich bin nur langsam so ein bisschen durch, glaube ich. Ich werde nicht mehr allzu lange machen. Morgen geht es doch schon wieder weiter. Machen wir noch... Machen wir noch bis 23, dann ist gut, oder? Richtig durch. Gut. Da weiß man zumindest, dass man was gemacht hat. Flup. So, haben wir es. Cool. Tierarzt, oha. Was ist denn los? Ist denn... Vor allem ist... Ist es wieder gut? Sehr praktisch. Ja, Raketenwerfer. Haha, ja, ja. Cool. Dann fahren wir mal weiter. Da kommen noch mehr. Da, da. Ich habe doch aber noch ein Symbol gesehen auf dem Radar. Ja, ja. Vor allem, wenn er die Waffe automatisch wechselt, dann, ja. Oh. Oh, Mann. Ja, dann gute Besserung. Richte gute Besserung aus. Ich hoffe, es wird wieder. Nicht schlecht. Hier ist... Auch noch was? Hm. Wir haben ein Signal, aber ich sehe hier nichts. Vielleicht hier oben. Was meinst du, Gordon? Na ja, ich meine, dass wir dann genauer gucken sollten. Vielleicht. Oder Signal ignorieren. Oha. Oh, ja, dann... Ah, ah, sehr gut. Dann hoffe ich, dass alles gut geht. Ist ja eigentlich eine gute Sache, dass man sowas machen kann, oder? Oder machen lassen kann. Muss man so sehen, vielleicht. Vermutlich wollen die Zombies ihr Zeug wieder. Moment, ich bin noch am Looten. Moment. Was ist durch mir? Huch. Ich bin zu sehr am... Zu sehr am Looten gewesen. Ja. 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 Oh, das ist ja ein bisschen gefährlich hier, ehrlich gesagt. Wo haben wir... Oha, oha, oha. Vorsicht. Vorsicht. Siehe hier, die, 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 die LX ist unverputbar auf jeden Fall. Auf jeden. So, haben wir es? Gut. So. Hm. Der mutierte Wall-E. Ja. Mutierter Wall-E. Stimmt. Das war so... Das war... Ja. Das war der kritische Gegner. Auf jeden Fall. Wie. So. Dieses Geräusch ist so furchtbar. Sodele. Da, das Radar. Ziel 1. Echt? Es geht also prinzipiell. Naja, sie war ja auch fast tot schon. Hm. Ich finde den Motor-Sund eigentlich ziemlich cool. Oh, jemand gelabert, oder? Ich glaube, wir müssen noch weiter für das Symbol. Kann das sein? Es ist irgendwie noch nicht hier. Ne, ne, ne. Ne, ne. Wir müssen auch hoch, denke ich mal. Mal gucken. Mal gucken. Oh. So, war das da? War das da? War das hier? War das hier? War das hier? Ach, guck mal! Ach was! Ach, hör mir auf! Ach! Wer hätte das denn gedacht? Ja, was ist hier los? Hat schon jemand versucht, hier zu looten, wa? Die Pseudo-Grabräuber, ey. Sagt er, und Klock, Stein auf die Birne, legt er sich daneben, ah. Auf jeden Fall, ey. Und öfter Malf6. Eine Tanke. Was? Willen sie aussteigen? Mh. Ist hier was? Hier was? Hä? Das könnte von den Combine sein. Schwer zu sagen. Dieser Ort ist echt gefährlich. Das ist richtig. Das ist prinzipiell richtig, Alex. Das Ding sollte ich hier vielleicht mal mitstellen. Mh. Die werden doch nicht aus Scheiß hier sein. Die Fässer. Da ist ja ein richtiges Dörfchen hier. Oje. Uiuiuiuiuiuiui. Ups. Scheiße. Nein. Hübsi. Gut, das hätte ich auch einfacher haben können, ehrlich gesagt. Aber gut. So, und was passiert, wenn wir hier... Oder muss ich hier weiterfahren? Wahrscheinlich kann ich hier weiterfahren, ne? Ich glaube. Komm, Alex, wir gucken uns das an. Ne, wir testen das mal. Äh, genau. 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 Oh, komm ich trotzdem nicht durch. Schade. Komm ich noch rein. Tür? Nicht? Ach. Ich bin zu fett. Ach, hier. Nehmen wir doch diese Tür. Das könnte... Das ist... Das klingt gut. Das klingt gut. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Das sind irgendwie so große Häuser, aber hier ist nix. Muss mal ein schöner Ort gewesen sein. Ja. Scheint eine Weile her zu sein, dass hier jemand war. Hm. Ja. Blutheaven, ey. Blut ohne Ende, aber sonst? Ah ja, sie will uns hochlocken. So, so. Hm. Alex, was hast du vor? Hm. Ehrlich gesagt, das ist fast ein bisschen zu viel Loot. Unsere Energie können wir überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ist halt für diejenigen, die sich Zeit lassen, die werden ein bisschen belohnt. Sag ich jetzt noch. Gleich geht hier die Scheiße ab und dann hab ich hier nix mehr. Ha, 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 ha. White Forest ist so nah. Verschwenden wir keine Zeit mehr. Gehen wir weiter. Okay. Wenn sie das schon sagt. Vielleicht weiß sie ganz genau, dass hier keine Kisten mehr sind. Das kurz nachdem ich die Kiste da... Oh. Ha, 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 ha. Kurz nachdem ich die Kiste genommen habe, hat er es gesagt, ne? Viel Loot. Auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Wenn man zu sehr belohnt wird. Das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen. Schwieriges Zeichen. Schwierig. Oh. Eine Falle. Was hab ich gesagt? Ah. So viel dazu. Das ist hier nicht aus Scheiß. Hübsch. Hübsch nennt sie das. Deswegen auch die Fenster hier. Alles hat sein Sinn. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, beruhigt euch. Kollegen. Yo. Scheiße. was fernhalten? wie? wo ist er denn? wo soll ich hier als erstes hin? ich bin fast ein bisschen weit weg so ja, da ist noch ein Fetty irgendwo lass mal stehen aua aua, ich mag dieses Spiel nicht aua 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 oh, die sind drin da kommen die näher ach was scheiße die können da immer durch, ne? ja toll, klick, ich hasse klick klick ist ganz scheiße antiburger 1 antiburger 1 antiburger 1 was denn? hör zu ach, ach so, das, ja, ja sie wollen auch immer das datenpaket mach sachen ja, und jetzt? was hast du dazu zu sagen? gib's ihnen halt oh, die auch noch aua 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 nein, immer noch klick fuck oh, jäger bricht durchs fenster er kotzt uns an uau aua 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 au Scheiße. Nein! Ist hier wieder offen, nö. Ach so, ich hab das hier auch noch. Wie wär's? Och, gut, dass uns das eingefallen ist. Oi, 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 oi. Gibt's hier irgendwo noch ein bisschen... Hier. Oi, 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 oi. Okay. Aber das war doch ein guter Abschluss vielleicht für heute. Gucken wir gleich mal, ob wir wirklich weiterfahren können. Und dann ist gut. Hier noch eine Flasche mitnehmen. Das ist doch super. Da liegt was. Da liegt was. Was? Ja, ja. Hier ist aber übermäßig, ey. Ach so, Moment, hier ist zu. Oh, schön. Opti. Ah. Ach, guck. Als ob nie was passiert wäre. Besuchen wir die Stromversorgung für dieses Kraftfeld. Ach so, das auch noch. I see. Hm. Ja. Können wir machen. Hm. Da oben. Vielleicht. Oh, nein. Du willst mich doch verarschen, oder? Oh, nein. Nein. Ja, nein. Oh, den wollte ich zwar nicht, aber auch gut. Und jetzt. Scheiße. Oh, cool. Oh, cool, cool, cool. Wo, 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 wo kommt die denn auf einmal her? Na gut, der war ja auch der, der komische Hubi da. Stimmt. Oh, 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 nein. Hä? Hä? Sagt sie ja, ja. Ah, Mann. Ich gucke nur mal ganz kurz. War hier noch ein bisschen, äh, nee. Schade. Also. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ah, da vorne ist der Dingsi. So, wo war hier? Wo ist hier? Wo ist er? Direkt, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. Ich glaube, hier kann ich durchwerfen. Oder? Ach, passt schon. Why? Hm, ist auf jeden Fall voll. In der Tat liegen da ein paar Knarren. Was ist los? Reaktor, ja. Okay. Was? Willst du mich verarschen? Und tschüss. Was? 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 Ich bin verwirrt. Erstmal erschreckt ihr mich halb zu Tode? Ich, ja, keine Ahnung. Was war das denn? Gut. Und tschüss. Äh, ist das wirklich so gedacht? Oh, hi. Hallo. Ja, irgendwie schon. Mir ist generell schon oft aufgefallen, dass es manchmal nicht mit dem übereinstimmt, was da steht. Aber so krass, jetzt auch wieder nicht. komisch. Äh, 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 äh. Äh, ins merkwürdige Dinge geschehen hier. Und jetzt? Gut, cool. Das nehme ich gern. Das nehme ich doch gerne an. Also, da ist ein Schalter. Hier komme ich natürlich nicht durch. Muss ich mich hier wieder hocharbeiten oder was? Hä? Ach, guck. Haha. Ah, so. Ah, so. Wir haben die. Ja. Gut, machen wir es noch mal. Ich wollte mich erst mal ein bisschen, ich wollte mich erst mal ein bisschen in Deckung bringen, bevor ich dagegen schieße. Aber nein. Nein. Äh, es ist doch... Was, was ich nicht alles für euch mache. Was ich nicht alles tue. So, ich mache trotzdem, glaube ich, jetzt erst mal die Tür auf. Dann haue ich dagegen. So. Nee. Nee. Ist er wieder da... Ist er wieder da reingesprungen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ah, ja. Ah, ja. Jetzt ja. Wurde das Kraftfeld deaktiviert? Äh. Ja, gleich beim ersten Mal. Wir haben, dass das die letzten Kombine bis White Forest waren. Jinxed. Äh, sowas von. Sowas von. Hier, ich gehe hier lang, damit ich da nicht den Trigger triggere. Also. Ah, ja, 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 ja. Oder unten noch irgendwas? Na. Na gut, na gut, na gut, na gut. So, jetzt... War nur ein Vogel, ne? Jetzt dürfen wir aber... Oh, wir dürfen nur 30 fahren. Sorry. Oh, oh, oh. Oha. Oha. Ja, komm, machen wir es mal. Speichern. Weiter. Hehehe. Cool. Ich bleibe am Auto. Mach das so. Mach das so. Da weiter, oder? Ah, juhu. Ole, ole. Oh, hier ein kleines Lagerfeuer. Ah, ist das nicht schön. Aua. In der Tat, schön. Da ist zu, ne? Ja, da ist zu. Äh, 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 wie ein Enkel. Ausbleiben. Das Radar hat was entdeckt. Ah. Scheiß Rad... Oh, nee. Scheiß Radar. Was ist das denn? Ah. Ah. Hä, 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 hä. Äh, ja. Sag mal, das ist kein gutes Zeichen, dass da, dass da, oder? Dass da Ballaballa macht. Ja, toll, und jetzt? Ey, wer hat sich denn das ausgedacht? Ganz ehrlich. Weiß? Ähm. Äh, wer denkt sich denn sowas aus? Vielleicht hat uns das Radar jetzt ja geschützt vor den Granaten, die da unten, äh, da vorne runterkamen. Aha. Ah, super. Das ist der Ladescreen, auf den ich gewartet hab. Das ist der Ladescreen, auf den wir alle gewartet haben. Das klingt nicht gut. Das hört sich nicht gut an, wolltest du sagen. Halt dich ans Skript. Alex, halt dich ans Skript. Komm, wir machen mal eine reguläre Speicherung. Hier. Speichern. Current, genau. So, was stand da? Abbrechen. So. Nein, also eigentlich, eigentlich steht da Abbreck. War das in Episode 1 auch schon so? Unter dem Radar. So, da haben wir das auf jeden Fall mal. Können wir ja gleich noch nachgucken, aber für die Aufnahme sage ich an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen auszuhalten. Ah, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen länger gedauert hat. Keine Ahnung. Im Stream können wir ja gleich noch fünf Minuten labern. Aber für die Aufnahme schon mal. Ja, danke eben. Danke, danke. Und bis demnächst dann, wenn ihr möchtet. Macht es gut. Und tschüss. Das will ich jetzt noch mal kurz nachgucken. So, erstmal die Aufnahme. Stoppen. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, vielleicht sollte man es wirklich auf Englisch spielen. Keine Ahnung. Ich habe halt irgendwann, ich habe halt irgendwann, als wir mit Half-Life angefangen haben, mal gefragt, wie wir spielen sollen. Aber ganz ehrlich, wenn es ein Spiel auf Deutsch gibt, dann mache ich das für die Aufnahme halt ganz gern so, weil faktisch auch nicht jeder hier so wahnsinnig gut im Englischen bewandert mit dem Englischen bewandert ist. Im Englischen bewandert ist. Englisch kann. So, fertig. Und deswegen ist das ja eigentlich dann von mir aus auch vorzuziehen. Genau. Faktisch. Hm, Half-Life. Hier, Episode 1. Will ich mal eben gucken. Ja, genau. Alles. Alles simultan übersetzen. Oder nachträglich, ne? Untertitel schreiben am besten. Ja, wiederhole ich. Verlassen Sie City 17 so schnell Sie können. Ich kann dies... Wollen wir mal irgendwie laden? So. Oh ja. Oh ja, ist fast am Ende. Speichern. Ne, ist auch Abreg. Ist auch Abreg. Und auch Current. Ne, gut. Ich glaube, die Engine ist tatsächlich die gleiche. Na, gut. Na, gut. Ob es das jetzt besser macht, ist natürlich eine andere Frage. Aber haben wir das zumindest geklärt. Ach, übrigens. Da wurde ich ja heute auch drauf hingewiesen. Es ist jetzt irgendwie Lunar Sale. Und auf meiner Wunschliste waren auch einige Dinge verbilligt. Aber ich glaube gar nicht so viel, oder? Wobei, The Forest, minus 55 Prozent. Silence. Äh, Silence, das war... War das Whispered World 2? Also. Ja, 33 Prozent verbilligt. Wafia 3. Hm, hm, hm. Okay. Trine 4. 75 Prozent vergünstigt. Ich gucke nur mal so kurz durch. Das hier entferne ich mal. Hm, Mafia, Mafia. Puh, The Room VR. 33 Prozent vergünstigt. Aber mit 20 Euro immer noch ziemlich... Aber so ein Room in VR wäre schon interessant, oder? 20 Euro aber ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Karto, 20 Prozent vergünstigt. Oh, 16 Euro. Ja. Ah. Command & Conquer Remastered Collection. 50 Prozent. Hm. 10 Euro immer noch. Command & Conquer. Hm. Hm. Weiß ich nicht, wie oft ich da spielen würde. Observer System Redux. 20 Prozent. Ne, es haut mich irgendwie alles nicht so um, von den Angeboten her. Hm. Naja, dann eben nicht. Ich überlege nochmal. Ja, guti, guti. Dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. So. Schön. Schön, schön. Haben wir uns ein bisschen Dampf verdient, oder? Toll, großartig. Das Lustige ist, das funktioniert mit jeder Werbung. Zumindest die irgendwie in physischen Paketen daherkommt. Mit digitaler Werbung wird's schwierig. So mit dem ganzen Monitor, dem ganzen Rechner an den Kopf werfen. Dampf, hey. Dampf, hey. 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 Ah, und? Wie war's, wie war's für euch? Erzählt mal. Half-Life Episode 2. So, 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 so. Da haben wir schon ein bisschen gespielt. Ich glaub, so mega lang wird das gar nicht mehr gehen. Also, how long to beat meint er irgendwie fünf Stunden. Dann natürlich noch der Let's Play Bonus drauf. Vielleicht können wir das in der nächsten Half-Life Session auch erledigen quasi. Aber morgen gibt's eventuell erst mal was anderes. Ich verrate noch nicht so viel, aber mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Ja, hier und da hat's so ein bisschen. Hm. Hm. Hier und da hat's vielleicht so ein bisschen. Na klar, aber na ja. Also, es ist. Weiß ich nicht. Es ist halt Half-Life 2. Ist schon okay. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Bum, bum. Lös, löst. Ja. Man braucht, also. Gut, weiß nicht, ob man braucht, aber ich glaub, wir mögen schon manchmal so ein bisschen die Abwechslung, oder? Hab ich so das Gefühl. Also, ich find's auf jeden Fall für meinen Teil ganz gut. Wir haben die letzten Male ja wieder so ein bisschen Rätsel gemacht und so ein bisschen ruhiger. Dann darf's auch mal wieder ein bisschen bum bum sein. Und dann auch wieder ein bisschen ruhiger. Das ist schon okay. Manch andere Leute spezialisieren sich vielleicht eher auf das eine oder das andere. Oder zum Beispiel auf so Spiele, die einen ständig nur fertig machen wollen. Oh, was ja überhaupt nicht meins ist. Irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden an einem Boss irgendwie rumknabbern kann. Oder mehrere Sessions an irgendeinem Boss rumknabbern kann, bis man's dann letztendlich irgendwie schafft. Boah, das würde mich ja wahnsinnig machen. Ja, Monkey Island müssen wir auf jeden Fall demnächst auch machen. Das ist richtig. Oh, Firefox will sich updaten. Ja, mach doch. Eine semi-konkurrente Frage. Probier's. Nö, Spiel des Jahres 2022. Nö. Okay, was? Doch, was? Nee, ich hab nur vorgelesen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Stell deine Frage halt nicht. Boah, sind viele Leute am Stream. Gut, meine Liste wird auch immer länger. Also eigentlich müsste ich meine... Hm. Ich müsste meine Follow-Liste mal ein bisschen... Reduzieren. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Hm. Hm. Elf gleich viele. Ja. Das war keine Frage. Grim Fandango. Ja. Ja. Sagt mir auch vom Namen her was. Hab ich selber auch nie gespielt. Das ist so ein bisschen komisch, oder? So ein bisschen... Irgendwie so ein bisschen was anderes. Glaube ich. Ja. Auch schon ein bisschen älter, natürlich. 98, wenn ich das richtig sehe. Hm. Oh ja, mach doch. Mach doch. Reiseberater im Reich der mexikanischen Toten. Das ist gar nicht mal so gut. Oh. Oh. Mach das so. Teilen wir uns ein bisschen die Arbeit, oder? Willst du das jetzt sofort anfangen, oder wie? Habe ich das zu verstehen. Oder eher so perspektivisch. Bei Zeiten. Morgen Nachmittag. Ah ja. Okay. Aber um 19 Uhr gibt es hier vielleicht auch Dinge. Oh. Verstehe. Nachmittag. Das fließt so in den Abend rein. Cool. Ich verstehe. Gut. Gut. Dann habt ihr ja den ganzen Tag was zu tun. Da kommt ihr ja gar nicht mehr vom Rechner weg. Unfassbar. Was soll denn Mama dazu sagen? Was hab ich denn da? Was war das? Habt ihr da irgendwas? Stimmt hier so ein Krümel von dem Zeug. Das geht so ein bisschen ab. Ah. Gut. Gut, gut, gut. Machen wir das so. Die Frage ist. Wollt ihr noch irgendwo rübergeschmissen werden? Zehn Viewer angeblich. Unfassbar. Sollen wir wirklich jemanden beglücken mit unseren zehn Leuten? Oder sagt ihr Näh. Ach komm. Kein Bock mehr. Ah ja. Tom hat sowieso zu tun. Verstehe. Wir machen es so. Wir machen es so. Kompromiss. Ich mach jetzt hier erstmal Endscreen. Habt ihr noch ein bisschen Musik? Und dann so gegen Ende lassen wir heute einfach die Musik ausklingen. Quasi. Und dann mach ich einen Host rein. Oder? Dann mach ich einen Host rein. Bedenkt, dass ihr dann noch in meinem Chat seid. Ihr könnt dann auch in den anderen Kanal gehen, wenn ihr da chatten wollt. Aber ihr seid dann noch. Also wenn ihr dann hier Hallo sagt oder so, dann hört der Gehostete das nicht. Es sei denn, ihr geht dann auf den Kanal. Ja. Das ist doch doof. Gut. Dann machen wir halt ein Raid. Aber trotzdem dann gegen Ende der Musik. Ich hab schon gehört, dass ich dass ich die dass ich den Endscreen auch mal ein bisschen laufen lassen soll. Bevor es dann losgeht. Und sind wir drei? Ja. Dann sind es halt drei. Ja. Genau. Gut. Dann such ich euch einfach mal jemanden aus. Lasst euch überraschen. Doch. Jeder. Jeder liebt den Endscreen. Hallo. Dann lasst euch einfach mal überraschen. Und dann sehen wir uns morgen sowieso ja wieder. Höchstwahrscheinlich. Von daher ist ja nichts verloren. Gut. Na gut, ihr Lieben. Also. Dann wünsche ich nein, zunächst einmal zunächst einmal bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und fürs Mitfiebern und fürs Mit Hand an den an die Stirn schlagen wenn es mal wieder die Katastrophen gibt hier. Danke, danke, danke. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend noch schönes Wochenende auch vielleicht sieht man sich ja auch nochmal und ja sehen wir uns ja eh bald wieder von daher schönen Abend gute Nacht träumt etwas Feines und bis bald macht's gut und tschüssi und tschüssi Zurück. Bis bald. Tschüssi Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017